Ich bin heute im Wald und schau mir da die Bäume an Bin ich an der frischen Luft, bin ich voller Tatendrang Ein kleines Fleckchen grün, mehr brauch ich nicht zum Leben Tief in der Natur, die kann mir alles geben Ich hab keinen Pfennig Geld, das brauch ich hier auch nicht In unserer Gemeinschaft hilft man unenthältlich Gemeinsam Stück für Stück, du willst wissen, wie man Bäume pflanzt Alles kein Problem, doch zeig mir erst, wie du tanzt Ich lieb das Leben und ich sehe den Sinn Weil ich ein Waldgeist bin, weil ich ein Waldgeist bin Ich lieb das Leben und ich sehe den Sinn Weil ich ein Waldgeist bin Weil ich ein Waldgeist bin Ich hab den Wald in mir drin Ich hab den Wald in mir drin Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal Ich bin der Daniel und wir sind hier auf dem Waldgeister-Kanal Heute mit einem weiteren Livestream zum Thema Landwirtschaft Ja und allem drumherum, was so ein bisschen Permakultur und andere Themen betrifft Und heute bin ich sehr froh, dass wir einen tollen Gast haben mit dem Michael Gräumer Aber bevor ich den dazu hole, noch wieder mein Dankeschön, das mir immer sehr wichtig ist Denn, ja, all das hier mache ich nur, weil das durch euch möglich gemacht wurde Und, ja, nach der letzten Sendung bleibt mir auch nichts anderes übrig, als mich wieder bei euch zu bedanken Und das tue ich echt gerne, denn wir haben wieder eine Spende gekriegt Von Margarita über 100 Euro Die unsere Arbeit so toll findet und unterstützt damit Das finde ich echt mega Also vielen Dank, 100 Euro ist halt echt krass Super cool Und noch von Frank haben wir auch noch 30 Euro gekriegt Auch super, super toll Vielen Dank dafür, lieber Frank Eintraum, ja Und der Simon unterstützt uns jetzt sogar 5 Euro monatlich Dauerhaft ist Vereinsmitglied geworden Aber wirklich super cool, danke Dann können wir in Zukunft hier auch einfach ein bisschen planen Und einfach solche Sachen noch, ja, qualitativer machen Mir geht es ja um Wissensvermittlung, genau Und heute habe ich zu Gast den Michael Grollen Bei dem ich jetzt auch in Lehre gehe, ja, in der Obstbaumschnittschule Da mache ich nämlich hoffentlich erfolgreich, lieber Michael, dieses Jahr meinen Baumwart Ich gebe mir Mühe Genau, und ich habe dich heute als Gast hier Denn, ja, du bist ein absoluter Fachmann, habe ich festgestellt Ich war ja schon in einigen deiner, ja, ich sag mal, Seminare online Wo du dann immer live dabei bist Danach nach einem schönen Vortrag, wo man einfach verdammt viel lernt von dir Und selbst nach vielen Jahren Recherche habe ich da immer noch einiges Wo ich sage, Mensch, das hätte ich mal gerne gewusst Und das ist dann da mit drin Ja, du bist, ich glaube, irgendwann mal angefangen als Landschaftsgärtner Hast dann ein Studium für ökologische Landwirtschaft gemacht Bist Imker Leidenschaft, ich glaube, schon während dem Studium angefangen Und das Schloss Tondorf, das ich auch schon Jahre, ein paar Jahre so als Projektkinder noch nicht da war Da bist du dann der Hauptimker Und, ja, du hast einfach Deine ganze Vita zielt ja eigentlich schon darauf hin Dass du Fachmann dafür bist Diplomarbeit, Feldobstbau Dann hast du, glaube ich, unendlich viele Schnittkurse besucht Baumpflanzungen und Gründung der Schnittschule Dann 2008 Steht auch bei dir unten in der Unterschrift Die Mail Die Homepage unbedingt mal reingucken Da könnt ihr ganz viel Wissen euch mitnehmen Oder halt tolle Kurse machen Ja, und dann bist du natürlich noch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Und da werde ich dir natürlich auch ein paar Fragen zu stellen Genau, und das, was ich jetzt vergessen habe Und noch wichtig ist, das ergänzt du bitte lieber Michael Herzlich willkommen erst mal Ja, hallo, ich freue mich auch recht herzlich hier sein zu dürfen Vielleicht noch ein paar Korrekturen Ja Also, die Ich selber wohne ja nicht mehr auf dem Schloss Ich bin da einer von den vier Schlossimkern Wir machen ja im Kollektiv die Schlossimkerei Dann ist es so, dass ich Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlichen Landwirtschaft in Mitteldeutschland bin Das ist Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Genau, das vielleicht noch zur Ergänzung Sehr schön Ja, wunderbar Also, das ist halt wirklich Und Michael ist da durch die ABL natürlich In diesen ganzen Landwirtschafts- und bäuerlichen Themen drin Wenn ich das richtig verstanden habe Geht es da halt bei euch auch nicht unbedingt um diese riesen Agrarbetriebe Sondern vor allen Dingen um die Leute, die mit Herzblut dahinter stehen Also, die wirklich noch Bauer sind mit Leib und Seele Und halt denen auch das Wohl der Tiere und der Natur am Herzen liegt Was ich da so finden konnte Also, guckt unbedingt mal auf die Homepage abl-ev.de ist es, glaube ich Also, findet ihr sofort Genau Und ja Vielleicht nochmal ergänzend Also, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Gibt es jetzt seit 50 Jahren Hat sich gegründet Da ging es damals schon um Wachsen oder Weichen Da haben sich sozusagen junge Menschen auf dem Land Gedanken gemacht Es kann nur nicht angehen Dass man wartet, dass der Nachbar dicht macht Um dann das Land zu bekommen Und irgendwann bin ich alleine hier im Dorf Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Vertritt vor allen Dingen Familienbetriebe Konventionell wie biologisch Und ist der einzige Verband, der noch die Strukturfrage stellt Also, die Bio-Verbände stellen sie zunehmend nicht mehr Weil dort halt immer größere Betriebe jetzt Bio machen Und für uns geht die Trennlinie nicht zwischen Bio und konventionell Sondern zwischen industriell und bäuerlich Und bäuerlich heißt halt, dass man sozusagen in Generationen denkt Wir nennen das enkeltaugliche Landwirtschaft Und wir beschäftigen uns mit vielen, vielen Themen Vom Thema, wie kann man Bauern- und Bäuerinnenrechte stärken Bis über Tierwohl, Gentechnik jetzt ganz aktuell Dann die Landfrage Agrarstrukturgesetz Hier wird ja gerade in großem Stil Wird das Land aufgekauft von internationalen Holdings Wir haben die Gemeinwohl-Kampagne, wo es darum geht Das öffentliche Land fair mit einem Punktesystem zu vergeben Ja, das ist auch sehr interessant für Leute Die Waldgärten machen wollen Weil die Gemeinden haben 10% der landwirtschaftlichen Fläche Zusammen mit den Kirchen Wenn die dieses Punktesystem anfangen Dann hat man, wenn man einen Waldgarten machen möchte Da kommen wir schon so ein bisschen in die Details rein Ich wollte noch vorher kurz sagen Also, da kommen wir gleich hin Das ist, du bist halt Einen Satz muss ich noch sagen Ja, sag mal, bitte Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirte Da sind natürlich viele Bauernhöfe mit dabei Aber es sind auch viele Baumbarten, Imkerinnen, Gärtnerinnen Und auch Menschen, die sich eine andere Agrarpolitik wünschen Und wir sind der Verband Der die Wir-haben-Sat-Demonstrationen immer anmeldet Der auch die Trecker dahin organisiert Das vielleicht nochmal zur AWL Ja, sehr schön Genau, habt ihr dann ungefähr einen Blick, wer dabei ist Das war mir auch wichtig, dass irgendwie klar wird Es ist halt nicht die Großindustrie Sondern das sind die, aus meiner Sicht, die wahren Bauern Das klingt jetzt so böse Aber ja, gut Die anderen können ja auch was Besseres machen Aber gut, da kommen wir dann gleich zu Da bin ich schon, glaube ich, auch ein bisschen voreingenommen Was ich nur sagen wollte, bevor wir loslegen Ihr könnt dann, nachdem wir hier ein bisschen erzählt haben Und die wichtigsten Themen, die so hier auf meiner Liste sind Abgehandelt haben Dem Michael ganz viele Fragen stellen Denn ich denke, er ist der Richtige Auch für diese Fragen Wo wir gleich auch hinkommen Wie könnte es in der Landwirtschaft hingehen Also was sind die Probleme Genau, und da ist eigentlich Da sage ich euch dann am Ende Bescheid Da werde ich die Fragen auch mir schön angucken Und dann an Michael weiterreichen Ja, und Was mich jetzt als erstes erstmal interessieren würde Bei dir ist Wo war denn bei dir der Punkt Dass du als jemand, der dann in der Landwirtschaft beschäftigt ist Oder sich damit beschäftigt hat Schon als junger Mensch vielleicht Oder vielleicht sogar schon als Kind Wo war da der Punkt, wo du gesagt hast So wie es hier läuft Läuft es irgendwie nicht richtig Und ich möchte das anders haben Und wo war der Punkt, wo du begonnen hast Darüber nachzudenken oder umzudenken Dass du gesagt hast, diese Riesenstrukturen Und da hängt ja so viel dran Dass das irgendwie nicht mehr gepasst hat Also wo war da der Punkt, wo du gesagt hast Jetzt passt mir das nicht mehr Ich habe schon länger mal darüber nachgedacht Wieso bin ich eigentlich so, wie ich bin Und wo ist dieser Punkt Und das ist so ein fließender Übergang Das fing glaube ich an, dass ich angefangen habe Ganz viele Zimmerpflanzen zu haben Irgendwann hat sich das nach draußen verlagert Ich habe sehr viel in der natürlichen Hecke gespielt Haben Bollchen mit der Hand gefangen Habe dann so einen Splien gekriegt Boah, man müsste doch so einen Teich machen Habe dann als junger Mensch Also ich weiß noch, mit zwölf Habe ich dann meine ganzen Ferien damit verbracht Einen Teich zu buddeln Mittlerweile sind bei meinen Eltern im Garten Sind glaube ich jetzt sechs oder sieben Teiche Und dann ging das los Dann wollte ich natürlich was Gutes für die Umwelt tun Habe Altpapier gesammelt Und meine Mutter hatte dann Die hatte Angst, dass noch irgendwas zwischen diesen Bergen voll Altpapier, Zeitungen Dass da noch ein wichtiger Brief drin ist Also habe ich alle Zeitungen durchgeblickert Da hatte die echten Splien Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen Dass es eine Naturschutzjugend gab Ja, das ist sozusagen die Jugendorganisation vom Mabu Die dann tolle Sachen gemacht haben Die Bäume gepflanzt und, und, und Und da stand da immer eine Telefonnummer Dass man sich melden kann, wenn man mitmachen will Ja, und dann war ich der Einzige, der sich jemals gemeldet hat Und das war natürlich endlich mal Gleichgesinnte Ich habe dann relativ schnell die Jugendgruppe geleitet Und, ja, und dann haben wir angefangen Wir haben sämtliche Themen bespielt Und haben aber auch sehr viel Naturschutz gemacht Also wir haben sehr, sehr viele Bäume gepflanzt Also wir haben Erlen im Wald ausgebuddelt Und am Bach wieder gepflanzt Wenn ich da jetzt an diesem Bach fahre Das ist die Extra, ich komme aus Rinteln Dann sitzt da jetzt ein Steinkauz drinnen Und dann merkst du so, boah, geil, wenn ich den Baum nicht gepflanzt hätte Hätte der jetzt hier nicht sitzen können Wir haben ganz, ganz viele Obstbäume gepflanzt Und da ging das dann auch los mit Das Interesse fürs Obst Mit 15 ungefähr Wir haben aber auch ganz viel Schleieräulenkästen aufgehängt Wir haben Steinkauzkästen aufgehängt Und ich habe sozusagen das Glück gehabt Dass ich derjenige, der die Naturschutzjugung Ursprünglich geleitet hat Irgendwann auch der Vorsitzende war Der war Biologe Und der kannte sich gut raus Und da habe ich dann sozusagen noch Die Reste der Kulturlandschaft Oder das, was an Artenvielfalt da war Richtig erleben können Also ich weiß noch, wo der Raubwürger gebrütet hat Ich hatte den letzten Steinkauz noch in der Hand Aus Winteln Ich weiß noch, wo die Kiebitze gebrütet haben Und das ist alles weg Das ist wirklich traurig Also auch damals gab es schon das Artensterben Das war ja dann in den 80ern Und genau Wir haben aber auch viele Aktionen gemacht Zu dem Thema Wasserverkehr Weil es Später ging es dann weiter mit Atom Ich habe dann meinen Zivildienst gemacht Auf einer biologischen Station Da hatte ich dann mal den Vorteil Weil diese Naturschutzstellen Zivildienstleistungen Die waren nicht Da gab es nicht viele Da kamen auf eine Auf eine Stelle waren da 30 Bewerbungen Ich konnte mir das aber aussuchen Weil ich war dann schon Landschaftsgärtner Ich hatte Naturschutzerfahrung Und war dann in einer Naturschutzstation in Minden Da haben wir dann Wasservögel gezählt Und Bastelnaturschutz gemacht Da fing das dann auch an Wo ich gemerkt habe Irgendwas stimmt doch da nicht Ich hatte vorher In Rindeln ja viele Bäume gepflanzt Und da auch festgestellt Die Bauern wollen das eigentlich nicht haben Die haben die rausgepflügt Umgebrochen Und was weiß ich Ich selber hatte einen landwirtschaftlichen Bezug Durch meinen Onkel Also mein Vater kam vom landwirtschaftlichen Hof Das war so ein kleinbäuerlicher Betrieb In Ostwestfalen Und ich habe aber lange Zeit Es gar nicht denken können Dass ich Landwirtschaft mache Weil mein Vater hat ja den Hof nicht geerbt Und der Onkel Heinz Der hat sogar zu Weihnachten Und an seinem Geburtstag arbeiten müssen Also Landwirtschaft ist ja sowieso nur Arbeit Und ganz schlecht Aber durch den Naturschutz Habe ich dann irgendwann festgestellt Boah, das ist doch so sinnvoll Jetzt hier Hecken zu pflanzen Und Obstbäume zu pflanzen Wieso wollen die das nicht Und habe dann irgendwann Dann noch durch den Zivildienst Dann auch nochmal feststellen können Dass die Naturschützer auch irgendwie Nicht so ganz richtig auf der Spur sind Da haben wir dann zum Beispiel So verrückte Sachen gemacht Eine Feuchtwiese gemäht Und das Gras Ja, was für mich in eine Kuh gehört Oder in den Wiederkäuer Haben wir zur Müllverbrennungsanlage gefahren Ja, da habe ich gesagt Das ist ja völliger Schwachsinn Mit Erdöl hier das Gras zu mähen Um dann es dann noch zu verbrennen Nicht zu nutzen, ja Oder wir haben auf irgendwelchen Inseln Weiden rausgerissen Dass Wattvögel da landen können Also das fand ich alles irgendwie suspekt Und dann habe ich mich halt bewusst entschieden Nachdem ich ein Jahr Auf dem Milchviehbetrieb gearbeitet hatte Weil mir war dann klar Ich will Landwirtschaft machen Bin da waren sehr viele Fragen gekommen Die ich in der Praxis nicht klären konnte Und habe mich dann für ein Studium In Witzenhausen entschieden Und dort ökologischen Landbau studiert Und da ist man natürlich ganz schnell Auch in der Agrarpolitik Und ich war ja eh schon Ein sehr politischer Mensch Dort hieß ich dann Kastormicher Habe die Proteste Gegen Kastortransporte organisiert Also da gab es dann so schöne Berichte Wie Bauern und Bäuerinnen Hilfdienst Studenten gehen in Kuhstall Und melken Damit die Bauern Mit ihren Treckern blockieren können Ja Das haben wir natürlich Pressemäßig dann ausgeschlachtet Da fing es dann auch an Dass ich mich Damit auseinandergesetzt habe Und im Studium Habe ich mich dann Ja Vor allem mit dem Obstbaumschnitt Auseinandergesetzt Aber Natürlich auch mit Agrarpolitik Und dort habe ich dann zum ersten Mal Die ABL kennengelernt Und mir war klar Ja, das ist mein Verband Ich bin sofort Mitglied geworden Und mir war klar Da werde ich mich irgendwann mal Wenn ich weiß Wo ich landen werde Ja Wenn ich wirklich Wurzeln geschlagen habe Werde ich mich da politisch engagieren Ich habe dann Umweg gemacht Ich bin dann nach Ja nach Süddeutschland gegangen In die Wiege des Obstbaus Habe da meine Imkerei aufgebaut Weil ich nicht an Land gekommen bin Das muss man ganz klar sagen Die Landfrage ist wirklich Was ganz Entscheidendes Ich wäre liebend gern Bauer geworden Ich bin aber einfach Nicht an Land gekommen Und habe dann Das ist wirklich verdammt schade Dass du nicht Bauer geworden bist Also wirklich Ja, mittlerweile bin ich mir Gar nicht so sicher Weil Ja, das sagt man im Nachhinein Wenn du es geworden wärst Wärst du wahrscheinlich auch anders Aber du wärst doch Ein Musterhof So wie die Imkerei Auch eine Musterimkerei ist Also die Imkerei Zeichnet sich ja durch Klasse statt Masse aus Also ich glaube Es gibt nicht viele Imkereien Die so viele Honigsorten Und so viel machen Was wir alles aus dem Bienen machen So, aber Ich habe dann sozusagen Mein Hobby Und ich hatte seit ungefähr Seit dem 15. Lebensjahr Hatte ich Bienen Im Studium habe ich das dann Weiter aufgestockt Und dann habe ich mein Hobby Zum Beruf gemacht Und in der Zeit Ging es dann los Mit der Gentechnik Wo ich dann gemerkt habe Das kann ja wohl gar nicht sein Hier steht jetzt überall Genpflanzen Keine Sau will es haben Und die Politik winkt das durch Wir haben übrigens jetzt Gerade die gleiche Situation Das auch Ich weiß Erzähl mal Das ist ganz schmecklich Ich weiß ja Wir haben ja die neuen Verfahren Da wird gelogen Wie sich die Balken biegen Also das hat man damals auch schon Mit den gleichen Argumenten Kommen sie jetzt Jetzt erzählen sie Da gibt es kein Risiko Meinst du vor allen Dingen Dann erzählen sie Das geht viel schneller Wir hatten jetzt Auf unserem Tag der Landwirtschaft Hier in Thüringen Einen Wissens Also einen Züchter Vom Dottenfelder Hof Der sozusagen Getreidesorten züchtet Ein Doktor Der hat uns das nochmal Ganz klar erklärt Und der hat gesagt Das stimmt nicht Dass die schneller sind Es stimmt auch nicht Dass das so funktioniert Wie die das sagen Dass man da ganz gezielt Irgendwas rausschneidet Das ist eher so Ganz vieles wird rausgeschnissen So ein bisschen blind auch Und das war wirklich erschreckend Und dann hat er auch nochmal So die Situation dargestellt Die FDP hat gerade wieder 50 Millionen In die Gentechnikforschung gesteckt Er hat gesagt Ich habe noch nie einen Euro gekriegt Für das was wir hier machen Das kriegen wir nur hin Durch Spenden und was weiß ich Vielleicht ganz kurz Michael An der Stelle Weil viele haben Merke ich immer Keinen Bezug zu diesen Themen Und kann ich euch empfehlen Ich habe es auch schon immer mal Wieder verlinkt Unter meinen Livestreams Weil ich den einfach Sehr 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 gut finde Den Vortrag Ich weiß nicht Ob du ihn kennst Ich blende es euch mal eben ein Weil da muss man wirklich Grundlagen schaffen Das ist jetzt zum Beispiel Der Vortrag Gentechnik durch die Hintertür Da geht es genau um das Was du sagst Von dem Professor an Kennt sie ihn ja Ja okay Ihr kennt euch persönlich Wir haben beide gemeinsam Die Bauernveranstaltung aufgerichtet Großartig Großartig Und die Monsantos auseinandergerissen Also wie gesagt Das alte Gentechnik Und das finde ich halt so bezeichnend Weil in Brasilien Haben die das Thema ja schon Leider auch im Anbau Und so weiter Und sehen halt auch Wie halt eben All das was sie behaupten Dass die Spritzmittel Weniger gebraucht werden So das Gegenteil ist der Fall Ich glaube fünfmal so viel Spritzmittel Wie vorher Nach Gentechnik Es ist alles Wie du sagst Da wird vieles weggelassen Du sprichst von der Lüge Die Lügen Dass sich die Balken biegen Muss man aber vorsichtig sein Wenn wir ein Schaf Und einen Wolf Zusammen einsparen Das dann noch Koexistenz nennen Dann ist klar Wer bei überbleibt Und das ist ganz klar Dass die Industrie da ein Interesse hat Es geht da um Monopole Es geht um Einengung Ist auch Wenn man sich das mal so Als wissenschaftlich Jetzt mal Wirklich mal versteht Was da eigentlich passiert Ja Da kommt eine Firma Geht in eine Genbank Holt sich altes Saatgut Was Bauern und Bäuerinnen Jahrhunderte lang gezüchtet haben Unglaublich viel Arbeit drin steckt Und dann sagen sie Das ist meins Ja Das ist sozusagen Ein Rückschritt Weil jahrhunderte lang Hat es so funktioniert Das was sich bewährt hat Wurde weitergegeben Ja Da wurden keine Lizenzen kassiert Oder was weiß ich Und darauf wurde aufgebaut Und dann hat die nächste Generation Das weiterentwickelt Da haben wir jetzt einen Cut Das ist ein Rückschritt Ja Aber sowas Und eine Anmaßung Sondergleichen finde ich Also ich finde es eine absolute Frechheit Weil das ist eine Arbeit von Was weiß ich Wie viele Generationen Die da drinnen steckt Das ist ja ein kulturelles Erbe Sondersgleichen Und dann will man das patentieren Also ich finde es auch Eine absolute Frechheit Und das Ja gut aber Und das sind die gleichen Argumente Wie früher Pestizide brauchen wir dann weniger Die wachsen in der Wüste Das haben die früher auch erzählt Nichts davon hat funktioniert Und wir können auch Mit herkömmlicher Kreuzungszucht Und das habe ich übrigens auch Den Doktor gefragt Weil die Gegenseite immer behauptet Ja das ist nichts anderes Als die herkömmliche Zucht Weil da werden ja keine Gene Dazu gepackt Sondern nur ausgeschaltet Und die herkömmliche Zucht Die macht ja auch Bestrahlung Oder sowas Da habe ich ihn gefragt Er hat gesagt Das hat man mal In den 70ern Hat man das mal probiert Aber das haben Das macht man gar nicht mehr Das ist sozusagen Quatsch Weil es sich nicht Es hat sich nicht durchgesetzt Funktioniert nicht Ja Sondern die ganz normale Kreuzungszucht Die hat die Erfolge gebracht Und nicht wandelt Und das ist sehr ärgerlich Dass die jetzt im stillen Kämmerlein In der EU das durchwinken Und wir demnächst Nicht mehr unterscheiden können Ob wir Gentechnik Auf dem Teller haben wollen Oder nicht Das ist sehr sehr traurig Weswegen ich dazu gekommen bin Ich wollte einfach nochmal erzählen Damals habe ich dann sozusagen Mit noch einem Imker Und einer Gärtnerin Und zwei Bauern Haben wir die Initiative Gehen Dreck weggegründet Und haben dann Strategiegespräche geführt Und analysiert Wie ist die Anti-AKW-Bewegung Groß geworden Die Friedensbewegung Demokratiebewegung Und haben dann die Aktion Freiwillige Feldbefreiung Organisiert Angelehnt an Freiwillige Feuerwehr Sind wir dann Angekündigt Mit Name Beruf Dann an einem bestimmten Tag Auf die Felder gegangen Und haben die Pflanzen rausgerissen So dass man es in der Tagesschau Sehen konnte Das hat dazu geführt Dass dieses Thema Was damals auch niemand interessiert hat In der Tagesschau war Und die ganzen Initiativen Die es damals gegeben hat Das dann aufgegriffen haben Und so konnten wir das verhindern Dass wir jetzt seit Jahren Jetzt keine Gentechnik Und auch keine Forschung mehr Also Freisetzungsversuche mehr Hier in Deutschland haben Und das haben wir Bis auf die Spitze getrieben So dass ich dann Mich mit dem Firmenanwalt von Monsanto Dann angelegt habe Und die haben dann Irgendwann mich In Beugehaft genommen Weil ich hatte Einen guten Draht zur Gerichtsvollzieherin Und da habe ich gesagt Jetzt ist der Moment Wollen würde Wollen würde bezeichnend. Da gab es, glaube ich, direkt daneben, neben diesen Saatguterhaltungsfeldern, gab es dann Gentestflächen, Mais, und Mais ist ja ein Windbestäuber, und ein Windbestäuber, der wurde dann durch einen Zaun geschützt von diesen anderen Flächen, wo auch Mais Saatguterhaltung produziert wurde, und das war für mich, das ist unglaublich. Es gibt noch viel schlimmer, also es gibt ja eine Genbank in Gadas Leben. Da sind sozusagen Tausende von Getreidesorten werden da erhalten, indem man sie alle Jahre mal wieder aussäht. Und im Abstand von 500 Meter machen die einen Getreideversuch mit Gentechnik. Das muss man sich mal vorstellen, das haben wir dann auch entsprechend befreit, da sind wahnsinnig viele Kosten reingefahren in die Verfahren und hin und her, die Leute sind nachher alle freigesprochen worden, weil die nämlich da auch Forschungsgelder gewaschen haben und was weiß ich, also und das Gleiche hat man gemacht mit den Ölpflanzen, also mit dem Raps, nee, das muss ich, das bringe ich jetzt durcheinander, mit den Kartoffeln und die Kartoffeln werden in Braunschweig am Leben gehalten. Da hat man direkt daneben dann Kartoffel-Gentechnikverkäufer angebaut und das Gleiche mit dem Raps, da weiß ich jetzt gerade den Standort nicht mehr, hat man auch dann direkt da, wo die Vielfalt erhalten wird, macht man dann Gentechnik. Also da muss man sich, genau, da muss man sich vor Augen führen, dass da die Politik Hand in Hand gegangen ist, aus meiner Sicht, sich eigentlich aus meiner Sicht auch strafbar gemacht hat, gegenüber, aus meiner Sicht und bis heute glaube ich, keine Konsequenzen für die Verantwortlichen. So, und das ist ja, gut, das ist dieses eine Thema Richtung Gentechnik, Glyphosat wäre auch noch so ein Thema, was ähnlich gruselig ist, wo ich euch auch nur den Nico da Vinci empfehlen kann, der hat auch gute Informationen zu, auf dem Kanal von ihm ist auch der Vortrag von dem brasilianischen Professor, den ich euch eben einge... hier der Nacht, noch meinen Namen hier nochmal kurz jetzt gezeigt. Antonio Andrioli, also unten Nico da Vinci ist hier der YouTube-Kanal. Da könnt ihr unbedingt mal reingucken, also ist schon ein bisschen älter, das Video, kam nicht mehr Neues in letzter Zeit, aber die, die haben es in sich so, um da mal, dass man eine Idee hat, wo es da hingeht. Und wo ich ja eigentlich mit dir hin wollte, leider noch viel negative Themen jetzt am Anfang. Wie ist denn aus deiner Sicht so der Status Quo mal, nicht zu ewig, aber so mal grob beschrieben, den wir jetzt, du weißt, was ich meine, den wir in Deutschland jetzt haben, der Zustand der jetzigen Landwirtschaft, ich weiß, es gibt auch gute Betriebe, zum Beispiel bei der ABL, aber so insgesamt, was würdest du sagen, wo sind wir im Moment hin, also wo sind wir und wo sind wir hin unterwegs? Ich versuche mich kurz zu fassen, trotzdem müssen wir nochmal in die Geschichte zurückgucken. Gerne, ja. Wir hatten ja während des Zweiten Weltkrieges oder danach gab es ja Hungerjahre, ja. Das heißt, die Politik hatte natürlich ein großes Interesse, dass jetzt mehr Ertrag passiert, dass sozusagen es rationalisiert wird und hat das auch entsprechend befeuert mit Subventionen. Das hat also auch seine Berechtigung. Und dann ist aber irgendwann so gewesen, dass zum Beispiel die SPD-Regierung, die haben ganz klar die Parole rausgegeben, wie wir die Lebensmittel müssen billiger werden, damit die Leute mehr Geld zur Verfügung haben, um Konsumgüter zu kaufen, damit die Arbeiter sozusagen Arbeitsplätze haben, ja. Die CDU, die hatten, das muss man ihnen zugutehalten, die haben die gleiche Politik gehabt, nur die haben auch dafür gesorgt, dass die Bauern und Bäuerinnen, die ausscheiden, dass die abgesichert sind. So, und jetzt ging es dann irgendwann los mit der EG, Europäische Gemeinschaft, wo man das dann zusammen gebündelt hat. Da gab es dann einen Plan, wo es mit Amerika abgesprochen worden ist, Amerika fördert die Eiweißpflanzen, also Soja, und die Europäer fördern die Energiepflanzen, zum Beispiel den Mais, den es früher hier gar nicht gab. Und das hat dazu geführt, durch die Agrarpolitik, dass der Mais massiv gefördert worden ist. Und da ist viel Forschung gemacht worden, dass jetzt in Regionen Mais angebaut werden, wo es früher kein Mais gab. Und die Maiskultur kommt ja aus Südamerika und gab es immer mit einer Unterkultur. Da wurden halt Bohnen mit angepflanzt oder Kürbisse, ja. Das heißt, der Bohnen... Die drei Schwestern, wer das nicht kennt, also die Bohnen rangt am Mais hoch und der Kürbis wächst unten drunter und dann hat man die Fläche optimal ausgenutzt und hat eigentlich drei Erträge. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Es ist in der Permakultur auch immer gerne genutzt, also die drei Schwestern, genau. Ja, und vor allen Dingen ist der Boden nicht so lange offen. Und jetzt haben wir nur noch den Mais. Der wird relativ spät eingesät. Das heißt, der Boden liegt blank. Da kommt ein großer Regenschauer oder Wind und dann ist der Boden weg. So, also das mal nur so am Rande. So, und das heißt, die Politik, und zwar aller Parteien, und damals gab es ja dann nur die CDU, FDP und SPD, hat dafür gesorgt, dass systematisch Bauern und Bäuerinnen oder Bauernhöfe dicht machen mussten. Und das ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist halt mit Subventionen gelenkt worden. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war ja auf einem Milchviehbetrieb Ende der 80er. Habe ich ein Jahr da mitgearbeitet. Und das war halt ein Biobauer, der hatte 15 Kühe, einen Bullen, die sind zusammen auf die Weide gegangen. Das war noch eine Anbindehaltung. Der hatte eine Direktvermarktung, was damals schon Novum war, weil er hat die Milch halt direkt in die Stadt gefahren, hatte einen guten Preis, konnte da eigentlich ganz gut mit leben. und wollte dann aber aus Tierschutzgründen einen Stall bauen, dass die nicht mehr angebunden sind. Und dann hat er gesagt, naja, mache ich mal ein bisschen mehr, mache ich einen Stall für 25 Kühe. Und hat dann gefragt, was gibt es an Förderung? Und dann haben die ihm aber gesagt, ja, wir fördern gerne aber erst ab 50 Kühe. Und so kannst du dann systematisch deine Wachstumsbetriebe päppeln und die anderen, die fallen hinten runter. Das heißt, sie kriegen keine Subventionen, so wie die Betriebe, die halt massiv auf Wachstum setzen. Wachsen oder Weichen. Das ist bis heute so. Das ist wirklich schlimm. Und das führt dazu, dass halt immer mehr Betriebe dicht machen. Und dann kommt noch dazu, dass der Stellenwert der Landwirtschaft immer weiter gesunken ist. Die Künast war ja nicht Landwirtschaftsministerin, die war Verbraucherschutzministerin. Ach ja. Das werfe ich den Grünen auch vor. Wir haben aus dem Landwirtschaftsministerium das Verbraucherschutzministerium gemacht. Das heißt, die Landwirtschaft wird aus Verbraucherinnen-Sicht gesehen und nicht aus Bauern-Sicht. Deswegen gibt es jetzt auch so massive Bauern-Proteste, weil die Schere zwischen Land, Stadt und Land immer weiter auseinandergegangen ist. Und jetzt muss man sich noch auf der Zunge zergehen lassen, dass die Bauern und Bäuerinnen nur Preisnehmer sind. Die sind nicht Preisgeber, sondern die Molkerei sagt, im Moment gibt es, weiß nicht, 40 Cent pro Liter, muss man sich mal vorstellen, 40 Liter für ein Liter Milch. Wenn man überlegt, was da für Arbeit drin steckt, das ist unglaublich. Und es gab aber auch Zeiten, wo es nur 20 Cent gab. Das heißt, du hast als landwirtschaftlicher Betrieb nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du intensivierst, stellst dir doppelt so viele Tiere in den Stall, hat zur Folge, dass du dann irgendwann die Tiere nicht mehr auf die Weide lassen kannst, hat zur Folge, dass für einen Tierschutz, das natürlich Tierwohl eine Katastrophe ist, die Kuh lebt nicht so lange, wie wenn sie keinen Weidegang hat. Die Artenvielfalt, der Kuhfladen landet nicht auf der Weide, die Insekten können sich da nicht vermehren, der Vogel hat nichts zu fressen, großes Problem. Und die Milch hat nicht mehr den Wert, wie sie früher mal hatte, weil die Omega-3-Fettsäuren fehlen. Die kriegst du nur bei einer Weidemilch. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und noch ganz kurz an der Stelle, weil du es gerade sagst, das ist super wichtig, weil das viele immer nicht glauben. Da gibt es den Sepp Braun in Freising. Der hat als Landwirt ja, den wirst du auch kennen, oder? Kennst du auch? Ja, den kenn ich auch. Habe ich mir gedacht. Und der hat ja wirklich als konventioneller Landwirt angefangen und hat ja seine Milch immer analysiert. Und der sagt das nämlich auch, ganz klar, dass die Fettstruktur sich dadurch, dass er jetzt nur noch Heu füttert, der macht ja auch viel Permakultur, Akkophores, also der macht einen tollen Job. Das ist wirklich ein vollbildlicher Landwirt. Der ist bestimmt auch in der ABL. Da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher. Nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall, der hat gesagt, diese Fettstruktur, du hast halt viel mehr gesättigte Fettsäuren jetzt in der Heumilch, in der Milch. Und früher war es genau andersrum. Also wer das nicht glaubt, das ist alles belegbar. Jetzt muss ich dich nochmal korrigieren. Der macht keinen Job, sondern der macht seine Arbeit. Das ist ein großer Unterschied. Einen Job machst du, um Geld zu verdienen. Eine Arbeit machst du, dann identifizierst du dich mit. Und der macht eine sehr gute Arbeit. Der ist ein Biolandbetrieb. Was ich ihm vorwerfe, ist eine gewisse Naivität. Weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Anbauverbände mittlerweile sehr große Betriebe in ihren Reihen haben. Und da gibt es zum Beispiel die Firma Dens. Kennt ihr sicherlich alle. Das ist sozusagen der Aldi unter den Bio-Supermärkten. Und der Besitzer von diesem Unternehmen hat sich einen landwirtschaftlichen Betrieb gekauft. Und das ist sozusagen jetzt Landgrabbing pur, nur im Bio. Und der hat sich mal eben 4000 Hektar Betrieb gekauft, hat jetzt, das sind wir gerade am recherchieren, einen zweiten Betrieb gekauft und macht da jetzt so eine Musterlandwirtschaft. Und ich habe damals im Verband halt dagegen zu Felde gezogen und habe gesagt, das könnt ihr nicht machen, wenn ihr so große Betriebe, die können einfach durchrationalisieren. Das bringt die anderen alle unter Druck. Und das ist einer, der gleichzeitig noch die Vermarktung in der Hand hat. Seid ihr denn wahnsinnig? Und da habe ich auch von der Polzer dazu wohl gesprochen. Der hat mir erzählt, wir waren dort, die können die Milch nicht billiger produzieren als wir. Und da kann ich einfach nur lachen. Das ist einfach sehr, sehr naiv gedacht. Man sieht jetzt, die kaufen den nächsten Betrieb. Und das ist sehr, sehr traurig, weil einer entscheidet, was auf 4000 Hektar passiert. Ja, aber Michael, das Ding ist halt, ich hätte gar nicht gedacht, jetzt muss ich das Thema schon anbringen, das wollte ich eigentlich erst am Ende machen, aber das ist einfach so ein schönes Beispiel dafür. Wir sind halt im Moment in einem System, wo die großen Strukturen, also die großen Konzerne, einfach Leute mit viel Kapital, die sitzen als erstes an der Geldschöpfungskette oben. Also Trickle-Down-Effekt. Das heißt, das Geld wird geschöpft. Ja, das ist einfach, ich habe das Glück, ich komme aus der Finanzbranche und habe das Thema halt erst, bevor ich in diesen Permakultur bereit bin. Deswegen sehe ich das halt immer überall. Und in dem Fall sehe ich sofort Finanzsystem, Fiat-Geld. Ja, das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist einfach System immanent. Das ist dieser Besitzer, der hat unendlich viel Geld, ja, hat viel, hat schon viel Kapital akkumuliert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der an der Geldschöpfungskette oben direkt partizipiert und einfach Kredite nehmen kann ohne Ende, ja, also ich vermute mal, dass es so läuft, kann der einfach immer weiter halt größer werden, weil der direkt einfach vom Geldschöpfungsprozess profitiert, ja, und direkt an der Geldschöpfungskette dran ist. Alle anderen, kleineren Betriebe unten drunter, werden inflationiert, indem das Geld immer mehr wird und ihr es weniger wert wird, ja. Das heißt, ihre Wertschöpfung und ihre Selbstwirksamkeit wird immer geringer und die Betriebe, wie jetzt zum Beispiel wahrscheinlich dieser Dens, ich will mich da nicht festlegen, weil ich kenne die Bilanzen nicht. Das ist Hofgut-Eichig, Hofgut-Eichig. Vorher hieß das Agrarfarm, sonst wie, das hat man dann in schönen Namen verwandelt, Hofgut hört sich ja besser an, Marketing. Aber was du noch mit bedenken musst, ist, dass wir ja eigentlich Agrarstrukturgesetze haben, die die Landwirtschaft dafür schützt, ist, dass ich das Großkapital Land kaufen kann. Ja, damit sozusagen die Menschen, die es bewirtschaften, denen nicht der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und das wird halt umgangen, indem man nicht Land kauft, sondern ganze Betriebe. Und das hat der halt gemacht und das führt dazu, dass eine Grunderwerbsteuer nicht gezahlt worden ist. Ja, also wenn ich jetzt als landwirtschaftlicher Betrieb, wenn ich ja als Imker Land kaufe, zahle ich dann je nach Bundesland vier oder sechs Prozent Grunderwerbsteuer. Ja, wenn ich mir aber den kompletten Betrieb kaufe, zahle ich das nicht. Das heißt, dem Staat gehen Millionen verloren, die er eigentlich dringend bräuchte auf dem Land, um da die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ja, das hat der gemacht und bei Bioland hat man ihn dann, hat man die kleinen Bauern damit geködert, indem man gesagt hat, der lässt sich dann Gemeinwohl zertifizieren. Das ist eine total schwierige Sache und eine Hürde und das ist ganz, ganz gut da, ja. Und da sind halt leider viele naive Bauern, muss man ganz klar sagen, die dann das gedacht haben, naja, wenn die das da vom Vorstand sagen, dann passt das schon. Bei Demeter haben wir es verhindert, von der ABL heraus, ja, er wollte nämlich auch noch die Demeter-Zertifizierung, da kann man ja noch mehr Geld für die Produkte nehmen. Da haben wir es verhindern können, bei Bioland nicht, weil das war wirklich, haben die einfach so überrumpelt. Ärgert mich bis heute und vor allen Dingen ärgert es mich, dass er jetzt den nächsten Betrieb kauft und da werden wir Aktionen machen von der ABL. Das sind wir gerade am Vorbereiten. Dass das in der Öffentlichkeit kommt, dass nicht alles, was bio ist, automatisch gut ist. Da sind wir noch nicht bei. Also was mich, was mich da noch interessieren würde bei dem Thema, und das ist ja generell so eine Thematik, ist, was stört dich jetzt am meisten, dass er so groß ist oder die Strukturen, die er auf seine Landwirtschaft macht, also wo du sagst jetzt, okay, er hat keine Feldreihen, er hat keinen Akkuforst mit drin. Er hat ja sogar einen Naturschutzbeauftragter eingestellt. Die macht das dann alles. Weißt du, die haben trotzdem Schläge von 50 Hektar oder mehr. Nein, mich stört den meisten, dass es das, dass unsere Demokratie aushöhlt. Ja, dass dadurch, dass du eine Machtkonzentration hast, und wenn du überlegst, du hast 4000 Hektar, das heißt, du beeinflusst locker 20 Dörfer, und da wird kein Bürgermeister aufmucken, weil bei dir noch ein paar Leute arbeiten, ja, das heißt, du kannst Druck aufbauen. Das ist, das höhlt unser Demokratiesystem aus. Gebe ich dir vollkommen recht, ja. Das ist aber das, das ist das Hauptproblem. Ja, aber das ist ja überall so. Das ist ja bei den Konzernen, ne? Ja, man muss es ja ansprechen, man muss es ja ansprechen. Aber wir waren beim anderen Punkt. Wir waren beim anderen Punkt. Ich wollte ja eigentlich nur das Beispiel sagen, dass die Bauern eigentlich nur zwei Möglichkeiten haben. Sie können intensivieren, sich noch mehr Kühe in den Stall stellen, mit den Folgen, die ich gerade genannt habe, oder sie können ihre Arbeitskraft, die sie ja haben, einsetzen. Das führt dazu, dass viele bäuerliche Betriebe rund um die Uhr am Malochen sind und auf keinen grünen Zweig kommen. Oder sie suchen sich eine Nische. Das heißt, sie machen Produkte mit Gesichtern. Das kann Lifestyle sein, das kann Bio sein, das kann Tierwohl sein, regional, alles Mögliche. Die Nische gibt es. Die Nische wächst auch, wobei sie jetzt gerade ein bisschen kleiner geworden ist wegen Inflation. Aber das ist auch die Nische, wo wir als Imkerei von überhaupt leben können. Und das, ja, aber das machen die wenigsten. Das muss man ganz klar sagen. Die meisten, und das geht ja in den Schulen, werden die da drauf getrimmt, du musst dich spezialisieren auf Milch, ja? Du musst dich spezialisieren auf die Zuckerrüben und du musst dich spezialisieren auf Obst und du auf Gemüse. Der Beulich in Betrieb hatte das früher alles und war dadurch natürlich nicht effektiv innerhalb der Sparte, aber er war immer abgesichert. Wenn das eine nicht gut war, war das andere gut. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt eine Trockenheit haben, die wird ja jetzt wieder kommen, dann hörst du mal, wie sie alle schreien, ja? Und die Gesellschaft soll das dann ausgleichen. Ja, wobei ich ja da noch mit sagen würde, ich weiß, dass du es auch weißt, aber um das zu nennen, ist der Stefan Schwarzer hat gerade noch so einen schönen Vortrag wieder gemacht in dieser Vortragsreihe Akroforst, war es, glaube ich, auch mit drin. Ihr müsst jetzt lügen, aber ich kann es euch raussuchen, sonst gleich, wo er einfach nochmal diese Relevanz einfach der Biologie, also ob eine Fläche bewaldet ist, ob die grün ist, ob der Boden Wasser speichern kann und wie stark das halt aufs Wetter wirkt oder langfristig aufs Klima wirkt, in dem halt auch der Regen rezykliert wird, also nicht nur vom Meer verdampft und abregnet und das war es dann, weil das direkt wieder verdampft beziehungsweise gar nicht mehr auf den Boden ankommt, weil der zu warm ist. Also all diese Prozesse und das, da sehe ich ja auch, also das kannst du ja auch nochmal sagen, wie du das siehst, sehe ich so einer der Hauptfaktoren auch, wenn wir sagen, okay, und das betrifft ja nicht mal nur Deutschland, sondern wenn wir jetzt Westwinde haben und der Westwind, der bringt uns den Regen, dann müsste Portugal und Spanien ja auch gute Waldstrukturen und so weiter haben, damit wir hier vernünftig Regen haben und andersrum ja genauso, wenn die jetzt von uns Winde kriegen und so weiter und so fort. und das sehe ich halt auch, also diese großen Strukturen, wo dann halt eben kein Wald ist, kein Akroforst ist, weil das halt einfach nicht ins Geschäftsmodell passt, weil das die Kosten intensivieren würde und so weiter und ich sehe halt am Ende, mir ist am Ende eigentlich ziemlich egal, wie die Struktur ist, aber am Ende muss dabei rauskommen, aus meiner Sicht, dass wir eine vielfältige Landschaft haben mit vielen Solitärbäumen, mit Humusreichen, also nicht überall natürlich, wir brauchen auch kleine Nischen, wo mal magere Böden sind, mit Blütenvielfalt, wo die Insekten da sein können, aber wir brauchen halt diese Vielfalt und wir sind halt weit weg davon, oder? Also all diese Strukturen. Also ich muss hier widersprechen, mir ist das nicht egal. Nee, mir ist auch nicht egal, nee. Ob da ein 10.000 Hektar Betrieb ist, der Akroforst macht und dann ist alles gut, das reicht mir nicht. Nee, der kann das ja gar nicht. Aber ich will noch, da kommen wir gleich drauf, aber ich will noch mal die grundsätzlichen Probleme ansprechen. Das Hauptproblem ist, die Landwirtschaft ist Preisnehmer, das führt dazu, dass die Betriebe intensivieren müssen, weil sie nicht mehr ihre eigenen Preise aufrufen können, das heißt und dann durch die staatliche Förderung in diese Richtung gedrängt werden, durch die Beratung, die Unis, sonst wie alles, Landwirtschaft wird auf Wachsen oder Weichen getrimmt, ja. Und das führt dazu, dass Stadt und Land auch immer weiter auseinanderdriftet, weil die städtische Bevölkerung, sage ich jetzt mal, die dann erkennt, Mensch, die Arten sterben ja aus, Mensch, das Trinkwasser kann man ja gar nicht mehr trinken, ja. Und dann werden sozusagen Gesetze erlassen, was weiß ich, du darfst dann nicht mehr jetzt düngen oder spritzen oder was weiß ich. Und das bringt jetzt die Landwirte auf die Barrikaden, weil sie jahrzehntelang in diese Richtung getrimmt worden sind und jetzt sollen die innerhalb kürzester Zeit das mal eben ändern, ja. Ohne, dass sie einen Ausgleich dafür kriegen, dass sie mehr Geld dafür kriegen. Es ist völlig klar, dass die jetzt massenhaft auf die Straße gehen und das war eigentlich nur so ein Tropfen auf den heißen, oder so, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ne. Das muss man einfach erstmal grundsätzlich verstehen. Und wenn ich jetzt noch weiter gucke, global das Ganze angucke, da muss ich feststellen, dass ja das System so pervers ist, der Regenwald wird abgeholzt, dafür, dass da Soja steht, dafür, dass dieses Soja und das Soja steht ja dann auch für Nährstoffe, bei uns im Futtertrog landen, ja, dafür sorgen, dass die Tiere nicht mehr auf der Weide sind und, 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 und. Und die Gülle dann bei uns im Trinkwasser landet. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Also die Pellets, die Brennpellets, die Brennpellets-Plantagen, das haben auch viele nicht auf dem Schirm, haben wir einen schönen Vortrag vom Professor Luik auf unserem Kanal. Das müsst ihr euch auch angucken, also was da gigantische Holzmengen, einfach einen riesigen, nicht hektarweise, da wird hektarweise Schläge, wo alles abgeholzt wird, damit hier mit CO2-neutral dann Kraftwerke betrieben können. Die werden von Südamerika, da wird der Wald weggeräumt und dann wird hier CO2-neutral Öko das Kraftwerk betrieben, also neben dem ganzen Soja. Das ist der Wahnsinn. Es werden nicht nur der Wald weggeräumt, sondern es werden auch dort die Nährstoffe weggeräumt, die bei uns Probleme machen. Das muss man auch ganz klar benennen. Und, und dann kannst du weitergucken. Dann ist ja das, aus meiner Sicht, das größte Problem. Also wenn ich jetzt mal von den Bauern, den Menschen mal weggehe, da muss man einfach feststellen, um eine Energieeinheit, Lebensmittel zu produzieren, brauchst du, je nach Rechnung, sieben bis acht fossile Energieeinheiten, also sprich Erdöl. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, der Bauer, die Bäuerin in der dritten Welt, die mit der Hacke, und das muss man auch ganz klar sagen, über die Hälfte der Menschen wird nach wie vor satt gemacht durch kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und da arbeiten die von der Hand in den Mund. Da kann keiner dran verdienen. Das ist ja das, deswegen ist es ja so interessant, das Saatgut unter seine Kontrolle zu kriegen. Und die produzieren noch aus Sonnenenergie Lebensmittel, obwohl die nicht viel auf dem Acker ernten. Bei unseren, wo die wahnsinnig viel ernten, die haben eigentlich gar keinen Energieinput. Und dann kannst du weiter gucken auf die Nährstoffkreisläufe. Phosphor ist jetzt vielleicht noch 40 Jahre da, dann ist das weg. Kali, je nach Berechnung, 80 bis 120 Jahre, ist das auch weg. Ja, und das ist dann auch weg für den Bioanbau, der auch damit arbeitet. Das heißt, wir brauchen komplett andere Dinge. Wir fahren sozusagen in den Abgrund rein. Und die Landwirtschaft, die durch den Bauernverband ja vertreten wird, die will alles, das so bleibt, wie es ist. Also da gibt es keine klar denkenden Menschen, die jetzt mal drei Schritte weiterdenken und sagen, das funktioniert nicht. Funktioniert mit der Energie nicht. Funktioniert mit den Nährstoffen nicht. Und funktioniert nicht mit den Problemen, die daraus resultieren. Dass wir eine Landflucht haben. Ja, die Dörfer verarmen. Dass wir ein Atemvielfallsproblem haben. Dass wir ein Energieproblem haben. Gesundheitsproblem auch. Auch, das kommt ja noch dazu. Also das ganze System ist eigentlich krank. Von vorne bis hinten. Und jetzt gibt es einige Schlaue. Und das ist wieder die städtische Bevölkerung. Ich sage jetzt mal die Grünen. Die meinen, wenn wir jetzt Bio machen, ist alles gut. Ja, ich bin aber auch in einer Bioland-Empkerei. Ich bin durch und durch Bio. Ich habe ökologischen Landbau studiert. Aber ich sage, das reicht nicht. Wir müssen bäuerlich denken. Wir müssen in Kreisläufen, in Generationen denken, dass wir zukünftig hier Leute satt machen können. Und das werden wir nicht mit Großbetrieben machen können. Da gibt es auch Studien, die ganz klar sagen, umso größer der Betrieb, umso mehr lebt er von Subventionen, umso weniger Wertschöpfung hat er pro Hektar oder pro Quadratmeter. Das Effektivste ist die Gärtnerei oder wahrscheinlich auch der Waldgarten, wenn man nur auf die Energie, die du durch die Sonnenenergie einfängst, schaut. Kleine Strukturen halt. Ganz kleinste Strukturen. Wenn du auf die Arbeitskraft guckst, ist natürlich der einzelne Betrieb nicht produktiv. Gesellschaftlich ja, aber nicht, wenn du für teuer Geld Arbeitskraft zukaufen musst. Naja, aber Michael, wir müssen immer dazu denken. Man muss immer dazu denken, was heißt Produktivität? Produktivität heißt ja immer, in einem Fiat-Geldsystem heißt immer, dass die Betriebe, die so groß sind, die mit gedrucktem Geld finanziert werden, diese ganzen Förderungen, die wir kriegen. 95 Prozent der Förderungen gehen ja, glaube ich, gar nicht in Bio. Ich glaube, es sind nur drei bis fünf Prozent, die in Bio gehen und der Rest geht ja alles in die Richtung. Ja, ungefähr so. Müsst ihr nochmal nachschauen, aber so in die Richtung. Das heißt, die werden ja massiv auch mit gedrucktem Geld quasi finanziert, die uns dann alle das Geld dann mitinflationiert und das sind ja nicht nur die Betriebe, die Landwirtschaft machen, diese Riesenbetriebe, sondern alle Agrarbetriebe, alle großen Konzerne. So, und dann ist aber der kleine Bauer, der dieses Geld eben nicht kriegt, ja, der diese ganze Finanzierung und Förderung nicht kriegt, der ist dann ineffizient. Weißt du, was ich meine? Also aus meiner Sicht sind die sehr effizient. Natürlich, na klar. Aber wenn du mal schaust, dann ist es so, dass die kleineren Betriebe ungefähr, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, die leben von 25 Prozent Subventionen, die Großbetriebe von 55 Prozent. Das meine ich. Der Großbetrieb ist natürlich effektiv, ja, aber nicht für die Gesellschaft. Und das ist natürlich katastrophal. Er kostet uns Geld. Also er kostet uns Arbeitskraft eigentlich. Genau. Also die holen nicht das raus, was wir an Subventionen reinstecken, holen die nicht mal raus. Weil die Subventionen über die Fläche ausgegeben werden. Das heißt, wer viel hat, dem wird viel gegeben und jeder Quadratmeter ist gleich. Also mal übersetzt, wenn ich jetzt einen 50-Hektar-Betrieb habe, kriege ich ungefähr 250 Euro dafür, dass ich die Fläche bewirtschafte. Das hat man damals eingeführt. Ich weiß nicht, die Älteren wissen das wahrscheinlich noch. Es gab sowas wie Butterberge und so, ja. Und da hat man gesagt, puh, wir können die Leute nicht mehr die Preise stützen. Wir müssen das wegtun, dass die Leute, wir haben ja viele Kosten, um die Butter dann zu halten und was weiß ich. Also geben wir, nehmen wir das da weg und geben denen das aber für ihre Fläche. Und das war natürlich, das war eine Katastrophe, weil jetzt, dann kam die Wende, da gab es halt dann große Flächen. Das ist Planwirtschaft, oder? Das ist doch Planwirtschaft eigentlich. Ich habe eine Produktion und anstatt zu sagen, hier läuft was falsch, subventioniere ich das. Das ist doch irre. Ja, aber um das nochmal jetzt, jemand, der in der Stadt wohnt, zu verstehen, der 50-Hektar-Betrieb kriegt genauso wie der 2000-Hektar-Betrieb seine 250 Euro pro Hektar. Er muss dann dafür Landwirtschaft rausmachen. Was für Landwirtschaft ist, völlig egal. Das heißt, 50 mal 250 Euro macht, jetzt musst du mir helfen, 7500 Euro, ist das richtig? Nee. 50 mal 250 Euro sind 12.500 Euro. Genau. Also 50 mal 250. Jetzt rechnet das mal mit 2000 Hektar, macht eine halbe Million. So. Genau. Was machst du mit der halben Million? Du investierst in Technik, weil Arbeitskraft... Maschinen, riesige Maschinen. Riesige Maschinen, hier fahren ja Panzer. So. Und was macht der Kleinbetrieb? Der muss sich Gedanken machen, Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich muss halt sehen, dass ich einen Bäcker kriege, der mir ein paar Cent mehr pro Kilo zahlt. Weißt du, das heißt, du hast eine viel höhere Wertschöpfung für die Gesellschaft, aber nicht für den Betrieb. Und das ist das Problem. Das ist immer der Irrglaube, dass der Großbetrieb effektiv ist. Ja, der ist effektiv, um Geld zu schatteln, aber nicht für die Gesellschaft. Und daran krankt das System. Und das ist wirklich extrem ungerecht. Staatliche Fehlernreize mit gedrucktem Geld. Es funktioniert auch nur, weil es keiner versteht, die landwirtschaftliche Elite versteht das. Das ist der Bauernverband, der die Interessenpolitik der Wachstumsbetriebe vertritt. Die Kleinen schnallen das alle nicht. Und die Städter verstehen das System gar nicht. Ja, und deswegen gibt es da so eine Bubble, wo die dann auf EU-Ebene und Bundesebene das dann immer kungeln, dass das so bleibt, möglichst wie es ist. Ja, und das führt dazu, dass wir immer weniger Betriebe bekommen. Und das ist aus meiner Sicht das größte Problem der Landwirtschaft, dass uns enderingend junge Menschen fehlen. Deswegen ist es total schön, dass es jetzt eure Initiativen gibt. Das bringt ja Leute an die Landwirtschaft ran, genauso wie die solidarische Landwirtschaft. Aber das ist viel zu wenig, weil der gesellschaftliche Stellenwert so gering ist. Der dümmste wird Bauer. Ja, Landwirtschaft. Oh, die machen nur Dreck und das Trinkwasser kaputt und was weiß ich. Das ist das größte Problem. Geschichtlich gesehen war das mal anders. Da hat man um 1800 rum, da gab es dann die namhaften Tünen und die alle heißen. Die haben Fruchtfolgen entwickelt, die haben Leute satt gemacht. Ja, da wurden die Erträge gesteigert und da ist die Intelligenz ganz bewusst in die Landwirtschaft gegangen. Das bräuchten wir jetzt enderingen, hat die Gesellschaft null auf dem Schirm. Null. Man müsste eigentlich schon in den Kindergärten anfangen, in den Schulen, dass es da ein Fach gibt mit Landwirtschaft, um Leute an die Landwirtschaft zu kriegen und dann braucht es im gleichen Atemzug auch Land für Leute wie mich, die kein Land geerbt haben, dass sie überhaupt das ausüben können. Das heißt, das wird uns gesellschaftlich massiv auf die Füße fallen, weil wir auf Dauer so mit diesem System die Menschen nicht mehr satt bekommen. Jetzt sind wir ein reiches Land. Wir können jetzt in der dritten Welt weiterhin einkaufen, den Leuten da das Essen wegkaufen. Aber das... Das werden die auch nicht mehr lange mitmachen, aus verschiedenen Gründen, denke ich. Aber nochmal vielleicht einen wichtigen Punkt bei diesem... Also, wir sind ja noch im Status quo. Was ist jetzt gerade Fakt? Da haben wir jetzt schon... Hast du schon viel gesagt und einen Punkt würde ich noch machen wollen, das dann mit abschließen. Hast du schon so ein bisschen angeschnitten. Also Einfluss von Förderung durch, muss es ja einfach sagen, durch gedrucktes Geld, also durch politisch vergebenes Geld einfach in Form von Förderung. Das beinhaltet ja, das merken wir alle, alle Betriebe merken das, selbst so kleine Projekte wie ich merken das, immer mehr staatliche Vorschriften durch Naturschutzämter leider auch, was aus meiner Sicht in ganz, ganz schlechte Richtungen läuft, was mal gut gedacht war, dass man nämlich diese großen Flächen vielleicht auch ein bisschen verhindert und so, was ja überhaupt nicht klappt, weil die dann doch in den entsprechenden Landschaften Hand in Hand mit den Betrieben dann arbeiten. und das führt ja am Ende zu einer fehlenden Kreativität der Bauern. Also wie siehst du, du hast ja schon ein bisschen gesagt, also diese Förderung, ich sehe persönlich diese Förderung, wenn es nach mir ginge, da müssen wir aber einen harten Geldstandard einführen, den wir übrigens 1800 und, von der Zeit, wo du eben gesprochen hast, da hatten wir den, da hatten wir einen ganz harten, also mit Gold einen ganz harten Geldstandard, der auch lange Zeit nicht aufgeweicht wurde und aus meiner Sicht diese hohe Wertschöpfung erzeugt hat, weil eben diese ganzen Fehlanreize nicht da waren. Also wie siehst du, da siehst du das auch so mit den staatlichen Förderungen? Also was ist da so dein Blickpunkt? Also grundsätzlich ist das natürlich der Untergang für gerechte Preise, sobald du mit Förderung kommst. Das ist wirklich schlimm, aber jetzt muss man realistisch wieder sein. Es ist ja nicht nur so, dass die Europäische Union Förderung für ihre Landwirtschaft rausgibt. Die Amerikaner geben das raus, die Russen. Weltweit gibt es immer überall Förderung für Landwirtschaft. Das heißt, wenn du, sobald du für den Weltmarkt produzierst, da haben wir ja unsere Landwirtschaft drauf hingetrimmt, dass wir das Milchpulver nach Afrika schicken, dass die Hähnchen nach China kommen, das weiß ja keine Sau, das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja unglaublich, um dann vor Ort wieder die Strukturen kaputt zu machen und sich dann wundern, dass die Leute sich alle auf den Weg machen und dann wollen wir es aber nicht. Also das passt halt alles nicht. Aber wir können nicht einfach die Subventionen von heute auf morgen abschaffen. Was wir aber können, ist die Subventionen an Gemeinwohlleistung koppeln. Und das ist eine Urforderung der ABL. Das ist die ABL, die dieses Thema auf die Tagesordnung und schon vor Jahrzehnten gebracht hat, dass es diese 250 Euro nicht pro Hektar gibt, sondern wer hat wie viel Arbeitskräfte pro Hektar, wer macht wie viel Tierwohl, wer macht wie viel Naturschutz, wer ist Existenzgründer, wer macht eine Nahversorgung für die Gemeinden und Städte, der soll dieses Geld bekommen, um damit die Landwirtschaft, also den Bauern, den Bäuerern Angebote zu machen. Guck mal, kein Zwang, wenn du Subventionen haben willst, gerne, aber dann wollen wir eine Leistung haben und das sind hier die Kriterien. Das wird leider seit Jahrzehnten immer wieder verwässert von der EU und da ganz speziell von Deutschland, weil in Deutschland haben wir ja die Situation, dass in den neuen Bundesländern ja diese ehemaligen LPGs, also da muss man jetzt noch mal wieder in die Geschichte zurückgucken, genau, es gab gab auch bäuerliche Betriebe hier in Thüringen zum Beispiel, deswegen gab es ja auch die Bauernkriege, das waren kleine Bauern, die auch am Wirtschaftswachstum daran teilhaben wollten und dann ging das aber nicht und so sind die Bauernkriege entstanden und die DDR hat diese Bauern gezwungen, ihr Land in landwirtschaftliche Produktionseinheiten zu gehen und das ist nicht gewachsen, sondern das ist gewollt und zwar wirklich brutal gewollt. Als Beispiel, ich habe mal mit einem aus dem Dorf in Thüringen gesprochen, der hat gesagt, wir waren die Letzten, die ihr Land reingegeben haben. Wir haben es hingekriegt, ohne Saatgut, wir hatten unser eigenes Saatgut, wir haben es hingekriegt, ohne Technik, wir haben es hingekriegt, die hohen Abträge zu zahlen, aber was meinem Vater das Genick gebrochen hat, war, wir haben uns einen Lautsprecherwagen vor den Hof gestellt, der uns den ganzen Tag beschallt hat, dies ist ein Volksverräter, der gibt das Land nicht mit in die LPG. Das weiß keiner mehr heutzutage, es weiß auch keiner mehr, dass die höchste Selbstmordrate in dieser Zeit war, man schätzt ungefähr 30.000 Bauern und Bäuerinnen haben sich das Leben genommen. Keiner weiß, dass die Kollektivierung in Russland ungefähr eine bis zwei Millionen, schätzt man, Menschen verhungern lassen hat. Keiner weiß, dass in China allein 30 bis 40 Millionen Menschen verhungert sind, wo man den Leuten das Land weggegeben hat und sie gezwungen hat, kollektiv das Land zu bewirtschaften, in großen Einheiten. Und das hat dazu geführt, dass nach der Wende das westdeutsche Agrarkapital, was keine Fläche hatte, zusammen mit dem ostdeutschen Agrarkartell gemeinsame Sache gemacht hat. Das heißt, die ganzen Verbandsfunktionäre haben sich hier eingekauft in die Großbetriebe, haben Geld mitgebracht und wussten ja, wie man intensiviert und haben dann diese Betriebe intensiviert. Und jetzt ist das Problem, dass die landwirtschaftlichen Agrarminister in den neuen Bundesländern jetzt ja natürlich für ihre Betriebe Agrarpolitik machen und die sprechen sich ab, wobei jetzt muss man sagen, in Sachsen ist ja jetzt ein Grüner dran, der Wolfgang Günther, den ich sehr schätze, der sicherlich nicht, aber die davor, dass die sich absprechen, dass sie weiterhin diese Flächenprämie bekommen. Und die verwässern das immer. Das heißt, Deutschland hat einen ganz großen Einfluss, dass in Rumänien eine Flächenprämie gezahlt wird und dort auch die Strukturen zerstört werden. Das ist sehr, sehr schlimm. Also ich würde da vielleicht noch zwei Sachen ergänzen wollen, die ich da noch ganz stark sehe, auch als Ursache vielleicht für die Sachen, die du beschreibst. Also einmal bräuchten wir aus meiner Sicht eine unabhängige Justiz in Deutschland, denn werden solche Sachen wie Glyphosat wahrscheinlich schon längst verboten. Die haben wir leider überhaupt nicht, weil die Staatsanwälte alle Parteibuch haben und natürlich auch entsprechend nicht. Also das ist so ein großes Thema in Deutschland, was ich schade finde und ich bin am Ende wieder bei dem Punkt, weil du sagst, hier wird finanziert und da wird Geld nach Rumänien und so weiter und diese ganzen Flächen, also das ganze Geld, was da einfach vergeben wird. Wir bräuchten ein hartes Geld, was die Politik zwingt, nicht über, also jetzt politischen Druck, dass wir denen das vorschreiben, sondern was die Politik zwingt, solche Ausgaben gar nicht machen zu können. Und da sind wir dann am Ende aus meiner Sicht dabei, dass wir bräuchten definitiv ein hartes Geld, weil solange sie mit der EZB einfach Geld drucken können, können sie auch solche Krankenförderanreize und solche, ich sag mal, ja, das sind ja auch am Ende Machtstrukturen aufrechterhalten. Kommen wir sonst nicht raus, ne? Dazu muss man sich engagieren und das kann ich nur sagen, man muss sich viel zum Beispiel Das gehört vollkommen dazu, ja. ABL engagieren oder man muss in die Parteien gehen oder neue Parteien gründen. So funktioniert leider Demokratie und Demokratie ist nicht fehlerfrei und Demokratie lebt vom Mitmachen. Und ich bin sehr froh, dass ich in so einem Land wie Deutschland wohne und nicht in Brasilien, wo zur Zeit, wo der Antonio Andrioli, der ja auch Deutsch spricht, weil er deutsche, also österreichische Vorfahren hat, mir dann erzählt hat, er muss jetzt mal untertauchen, ja. Weil da wirst du halt umgebracht, wenn du eine andere Meinung hast. Das habe ich jetzt hier in Deutschland so noch nicht erlebt. Da läuft sicherlich auch nicht alles gut, aber es läuft nur besser, wenn man sich engagiert. Und das, was ich jetzt da draußen wahrnehme, wo es heißt, die Ampel muss weg oder die da oben oder sonst wie, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann nur sagen, engagiert euch, bringt euch ein in die Gesellschaft und macht es besser. Und es ist sehr, sehr schwer, in diesen schwierigen Zeiten Entscheidungen zu treffen. Ja, nur mal so ein Beispiel, wenn ich jetzt das mit dem Gas, ja. Das haben die Grünen ja schon seit Jahrzehnten angeprangert, dass man sich nicht an Russland verkaufen sollte, dass man alternativen Energien machen wollte. Das haben alle anderen Parteien verhindert, einschließlich der SPD, ja. So, jetzt sind wir innerhalb kürzester Zeit vom Gas weg aus Russland, ja. Und der Habeck fährt nach Katar, macht einen Bückling, ja, vor einem, sicherlich keiner Demokratie. Ja, Michael, aber das ist so ein Thema, da können wir auch so viel hier zu sagen. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Wer macht einen Bückling, dafür will, dass wir keinen kalten Arsch bekommen. Und dann muss ich mir von Leuten anhören, ja, das sind die Grünen, ja. So, also ich will einfach nur sagen, es ist sehr, sehr schwer, Kompromisse zu machen. Und du musst Kompromisse machen, in der Demokratie. Da bleiben immer Leute auf der Strecke. Und es geht immer sehr langsam. Es geht zu langsam. Also, wir haben zum Beispiel die Kirche von der ABL dazu bewogen, dass sie ihr Land anders vergeben. Auch wieder mit Gemeinwohlkriterien. Das hat sieben Jahre gedauert. Sieben Jahre sind wir mit Treckern vorgefahren, wenn die Synode sich getroffen haben, mit ausgestopften Tieren, mit Spielzeugtreckern, mit richtigen landwirtschaftlichen Tieren, von der Kuh bis zum Hase, um die Kirche dazu zu kriegen, dass sie ihre Punktvergabe verändert. Ja? Das muss man einfach mitdenken. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es geht schon gar nicht, wenn man dem Kapital oder denen, die sich da ihre Fälle ins Trockene bringen wollen, das alleine überlässt. Und das muss ich halt einfach feststellen, dass innerhalb der Szene es sehr, sehr wenig Leute gibt, die sagen, jawohl, ich gehe jetzt in eine Partei und versuche, diese Interessen dort durchzudrücken. Die sind leider nicht in der Mehrzahl in den Parteien, in allen Parteien, sondern die Parteisoldaten, die sich selber da sehen und Karriere machen wollen. Ich würde da noch, also das Ding ist halt, ich gebe dir komplett recht bei dem, was du sagst. Würde aber noch ergänzen wollen, das blende ich euch nochmal kurz ein, das haben wir vor Kürzum gemacht mit dem Roman Reha im Gespräch, da geht es auch darum, also ums Geldsystem, wie wir vielleicht nämlich aus diesen ganzen Mechanismen aussteigen, weil am Ende ist es ja immer eine Systemfrage. Also man muss ja fragen, wie kommen die an die Macht? Also diese Konglomerate, die dann halt solche Negativentwicklungen haben und das ist halt einfach am Ende des Geldsystems. Ich gebe dir recht, die Prozesse sind langwierig und langsam und die erfordern halt, dass man nicht gleichgültig ist. Also der Bonhoeffer hat das so schön geschrieben in seinen Briefen, kann man mal lesen, gibt es glaube ich auch online relativ viel von. Das war ein Pfarrer, der im Dritten Reich quasi eingesperrt war, ist dann leider auch umgekommen und der hat immer geschrieben, das Böse sind nicht irgendwelche bösen Menschen, die böse Taten tun, sondern es ist diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Bösen. Also diese Gleichgültigkeit zu sagen, ich lehne mich zurück, ich mache mein Ding, so Alltag, ich will links und rechts nicht hören, nichts sehen und nicht am gesellschaftlichen, demokratischen, also an einfach zu partizipieren und freiheitlich, also für mich ist es immer so, dieses freiheitliche Gedankengut, dass jeder auch irgendwie seine Freiheit und dass man nicht, ja also Faschismus oder ist ja immer das Bündeln, also diese Bündelung von Macht, das ist ja eigentlich das, was die Italiener mit Mussolini und so weiter, die Faschia, das Bündeln so. Und das sehe ich leider überall, diese krasse Bündelung von Macht durch, ja ich sage es einfach nochmal, durch dieses gedruckte Geld auch sehr, sehr stark möglich wird. Also setzt euch damit auseinander, ich will jetzt gar nicht weiter ausweiten dem Thema, dass ihr euch bewusst macht, wie diese Prozesse laufen und wie wir da gesellschaftlich rauskommen können, indem ihr euch auch engagiert, wie auch immer, aber macht was, da gebe ich dir vollkommen recht. Und jetzt würde ich noch gerne, jetzt haben wir wirklich, ich glaube jetzt habt ihr ein ganz gutes Bild, was da los ist. Michael ist ja auch wirklich, ich würde sagen eher ein Kämpfer, fast schon die letzten Jahrzehle, was du da durchgezogen hast, auch mit dem, dass du da im Gefängnis warst. Ja, aber nochmal positiv, wir kommen ja jetzt langsam zu den positiven Sachen. Genau, jetzt wollen wir da hinkommen, dass du nochmal beschreibst und wir vielleicht zusammen, wie müsste jetzt eigentlich eine Landschaft, also erstmal vielleicht und dann vielleicht, wie wir das hinkriegen, eine Landschaft aussehen, eine Landwirtschaft aussehen, die die Ziele erfüllt, die du vielleicht auch hast, also Böden, die Infiltration ermöglichen, die gesundes Bodenleben haben, die das Wetter, also diesen Wasserkreislauf auch bestärken, Diversität, gesunde Ernährung, die also wirklich gesunde Nahrungsmittel produzieren und natürlich auch am Ende auch ein soziales Miteinander. Also da würde ich mich jetzt interessieren, wie siehst du die Landschaft? Du meinst nicht Nahrungsmittel, sondern du meinst Lebensmittel. Genau, mein Lieber, so sehe ich das. Das ist ein großer Unterschied, ja. Keine Füllstoffe. Ich habe mich gerade gefragt, ob alle wirklich verstanden haben, wie das mit dem Wasserkreislauf funktioniert, weil wir werden ja sicherlich noch zu den Gewölzen... Ich suche den Vortrag vom... Ja, ja, aber es sind ja jetzt einige dabei, die den nicht kennen. Also ich will es nochmal mit meinen Worten sagen, ja. Das Wasser wird verdunstet in den Meeren, zieht dann mit den Wolken aufs Land, regnet ab und wenn wir dann größere Waldflächen haben oder Gehölze, dann wird es wieder verdunstet, zieht weiter und kommt weiter ins Landesinnere und regnet wieder ab. Haben wir keine Gehölze, regnet es ab und kommt nicht mehr hoch und ist einfach weg, ja. Das ist ja das, was du meinst. Ah ja, wie wünsche ich mir das? Oder... Ja, ich bin halt immer auch wieder Realist. Den Vortrag hier unbedingt dazu gucken, zu dem, was Michael sagt. Also der ist lang, aber das ist einer der interessantesten Vorträge, die ich seit langem gehört habe, von Stefan, äh, Stefan Schwarzer. Schönen Gruß an der Stelle. Also da könnt ihr ganz tief einsteigen und das ist so wissenswert, weil dann denkt ihr auch ganz anders über diese ganze Klimadiskussion. Das ist echt spannend, ja. Ja, was bräuchten wir? Also wir brauchen auf alle Fälle Systeme, die sich selbst erhalten, ja. Also das heißt, das geht los mit den Nährstoffen, geht weiter mit Pestiziden, ja. Du bist ja immer abhängig von der Industrie. Mit dem Saatgut ist eine ganz wichtige Frage. Also aus meiner Sicht können wir nur so viele Menschen auf dieser Erde überleben, weil es dieses Saatgut gibt, ja. Also ich, beim Apfel kenne ich mich ja aus, 2.000 bis 3.000 Apfelsorten, nur in Deutschland, ja. Beim Getreide sind das Zehntausende von Sorten, die sozusagen angepasst sind an das Klima, also in der jeweiligen Region, wo sie entstanden sind, an Krankheiten, an Schädlinge, an soziale Bedürfnisse, ist auch spannend, ne, was man da alles draus machen kann, und, und, und. Und das Saatgut, das ermöglicht uns, in dieser Vielzeit hier zu lernen, jetzt zu leben. Jetzt ist aber das Problem, dass die Weltgroßkonzerne, die Cashcrops, die wollen natürlich ihren Mais in allen Ländern verkaufen, den sie patentiert haben, ne. So, und das ist natürlich sehr anfällig, das System. Das ist klar, dass da Schädlinge und Krankheiten nachziehen und das, ja, dann irgendwann dann vielleicht irgendein Maiszünstler wiederkommt oder was weiß ich, und der Mais halt da nicht mehr wächst. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ist das Saatgut, dass man das sozusagen aufrecht erhält, und das hältst du nur aufrecht, indem du es anbaust und isst und verarbeitest und das Wissen um dieses Saatgut der nächsten Generation weitergibst. Also als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Schweizer Wasserbirne, das sind riesengroße Bäume, so wie Eichen, die haben Birnen, wenn du da reinbeißt, die aspingieren so, ja, das zieht ja alles zusammen, denkst du so, äh, wer isst denn sowas, ja. Wenn du daraus einen Saft machst, das ist ein Saft, der schmeckt so gut, da kannst du Silvester mit anstoßen, da kommt aus meiner Sicht ein Sekt kommt da nicht mit, und das Interessante ist, wenn du da eine ganze Flasche von trinkst, also ich zum Beispiel, normalerweise ist Bierensaft für mich wie Abführmittel, ne, da kann ich eine ganze Flasche von trinken, passiert nix. Wenn ich das Wissen nicht habe, dann, ich weiß nicht, wie viele Bäume da gefällt werden, nur weil man nicht weiß, was man damit machen kann, ja, das meine ich mit, äh, soziale Bedürfnisse, ähm, also das Saatgut, ganz entscheidend, das darf man nicht außer Hand geben, das muss auch immer wieder weiterentwickelt werden, das kann nicht stehen bleiben, ja, man muss weiter aussehen, man muss es weitergeben der nächsten Generation, ähm, die Nährstoffe, das ist ein großes Problem, ähm, ist natürlich wahnsinnig, wir gehen jetzt, für uns ist völlig klar, wir gehen aufs Wasserklo, äh, machen da unsere Sachen rein, und die Nährstoffe gehen dann in die Kläranlage, äh, werden dann mit viel Geld wieder aus dem Wasser geholt, und werden dann in Form von Klärschlamm irgendwo deponiert, äh, oder mit Antibiotikum oder sonst wie auf die Felder gepackt, also, das ist ja schon mal voll krank, äh, da braucht es dringend andere Systeme, ähm, genau, dann haben wir das große Problem Artenvielfalt, das kostet uns noch richtig viel, also, das ist den Leuten ja noch gar nicht klar, was das bedeutet, wenn eine Art ausstirbt, ähm, wenn man da jetzt mal so schaut, was sind die Gründe des Artensterbens, gibt es eigentlich drei Faktoren, oder bleibt man nur bei den Insekten, ne, was ja die Grundlage für viele andere Tiere sind, wir haben erstens, aus meiner Sicht, verschwinden die Grenzbiotope aus den, aus der Kulturlandschaft, also die Säume, die Hecken, äh, die Ränder von den Feldern, das heißt, umso größer das Feld wird, um weniger Ränder gibt es, weil die meiste Artenvielfalt hast du immer am Rand, ähm, äh, das ist ein großes Problem, ähm, das zeigen auch Studien, die haben die Bio-Großflächenlandwirtschaft in Sachsen-Anhalt mit der kleinen bäuerlichen, konventionellen Landwirtschaft aus Hessen verglichen, und siehe da, wo war mehr Artenvielfalt, bei der kleinen bäuerlichen, konventionellen Landwirtschaft, wo gespritzt wird, war mehr Artenvielfalt, weil es mehr Säume gab, der zweite Grund ist, äh, dass die veränderte Grünlandnutzung, ja, diese Wiesen, wie wir es alle noch irgendwie so eingeimpft haben, so eine bunte Wiese, die es hier fast nicht mehr gibt, äh, die kriege ich nur, wenn ich da nicht fünfmal mähe, ja, oder wenn ich Silage mache und dann mähe und die ganzen Insekten alle mit einpacke und von der Fläche hole, dann gibt es das nicht mehr, das ist ein großes Problem, ähm, und das Nächste sind natürlich die Spritzmittel, die, äh, immer, immer giftiger werden, äh, und auch, äh, den Insekten natürlich zusetzen. Das ist die Artenvielfalt, das müssten wir dringend ändern. Auch Mobilfunk ist, äh, was, wo man noch gar nicht so richtig weiß, äh, ob der nicht auch einen Effekt darauf hat, ähm, ist aber entschritten tatsächlich. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wäre ich jetzt wirklich vorsichtig. Schwieriges Thema, ja. Äh, ist wirklich ein schwieriges Thema, ich werde ja als Imker immer wieder, kommt mir dann, ja, der Mobilfunk, deswegen ist das das Bienensterben oder sonst wie, das teile ich nicht, weil es gibt Studien in Regionen, wo es keinen Mobilfunk gibt, da können Insekten sterben. Aber so ein Rand hier, aber ich wollte es ja mal gesagt haben, dass es sich eigentlich angucken müsste eigentlich. Wird auch nicht richtig gemacht. Ja, müsste man, aber ich glaube, das ist nicht das Hauptding, das glaube ich garantiert. Ja, das glaube ich auch nicht, nee. Das ist das, was ich benannt habe. Also, Artenvielfalt müssten wir in den Griff kriegen, ähm, hat dann wieder die Folge, äh, dass wir nicht auf große Einheiten setzen können. Wenn wir nicht auf große Einheiten setzen können, brauchen wir einfach mehr Menschen in der Landwirtschaft, äh, ob wir das mit Robotern und sonst wie lösen können, wage ich zu bezweifeln. Äh, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was uns verloren gegangen ist. Ich habe ja vorhin beschrieben, ich habe noch mitgekriegt, dass die Steinkreuze in Rindeln gewohnt haben, ne, so. Aber auch zu der Zeit gab es schon nicht mehr so viele Arten. Ja, wenn ich jetzt im Naturkundemuseum in Erfurt bin, dann gibt es da halt so die Arten und so, und da steht dann zum Beispiel eine Zwergtrappe, schon mal gehört? Na, noch nie. Noch nie gehört, ne? Ist 72 ausgestorben, ja, in Thüringen. Großtrappen haben wir ja noch in Deutschland, aber die gab es auch mal ein paar mehr. So, und so geht das bei ganz, ganz vielen Arten, die einfach aussterben. Und wenn du mal nach Rumänien fährst, das ist ja mein Lieblingsland, und da in entlegene Regionen gehst, das verschwindet ja jetzt auch in Rumänien, aber noch finden wir es, da ist eine Vielfalt von Insekten, das kann man sich nicht vorstellen. Oder auch die Blumenwiesen, wenn du die da siehst, ja, und dann weißt du, was heißt eigentlich Artenvielfalt? Das habe ich in Rumänien erst kennenlernt, das habe ich in Deutschland so nie erlebt. So, also, das heißt, wir brauchen viele, viele Menschen in der Landwirtschaft, und das ist halt das größte Problem, glaube ich, das hinzubekommen. Also, ganz kurz, wenn ihr euch ein Bild dazu machen wollt, ich habe einen schönen Podcast mit dem Karl Schardax gemacht, der ist drüben in Rumänien und macht quasi permakulturelle, Weidetierhaltung könnte man sagen, und da seht ihr, das ist also wunderschön, ja, und das sind eigentlich Magerflächen, auf denen er ist, da müsst ihr euch die Fettflächen vorstellen, also es ist einfach gigantisch. Ja, und wir müssen natürlich auch auf den Boden gucken, wir haben, das ist auch ein gesellschaftliches Thema, was die Gesellschaft nicht auf dem Schirm hat, und da geht es zum Beispiel um die Bodenerosion, das ist das eine Hektar, zehn Tonnen Boden, der fliegt mal weg oder wird weggeschwemmt, das ist Wahnsinn, also was Bauern und Bäuerinnen jahrhundertelang aus Gesteinsschichten durch Kulturfolgen sonst wie herausbekommen haben, ja, was die Natur natürlich auch Jahrtausendland produziert hat, fliegt mal eben in einer Generation weg, das ist unglaublich. Dann haben wir das Thema Boden, Bezug auf, wir haben zu große, zu schwere Maschinen, wo wir eine massive Bodenzerstörung haben, also Bodenverdichtung, dann gekoppelt mit Kunstdünger, dass sozusagen die Bodenzusammensetzungen sich verändern, der Humus abgebaut wird massiv, das ist auch ein Riesenproblem, dass wir einfach keinen Humus haben. Also man muss dazu sagen, das wissen auch viele glaube ich nicht, dass durch diese Kunstdünger, die nicht nur, die ganz, ganz viele Schwermetalle noch mit reinbringen, die extrem das Bodenleben einfach auch stören. Das ist halt auch sehr gut bekannt eigentlich mittlerweile, also die, die kann man einfach sagen, die töten zum gewissen Grad das Bodenleben durch die fehlende Struktur. Also es ist eh keine Struktur, da ist ja alles ausgeräumt und dann kommt noch, zu guter Letzt, kommt noch dieser Kunstdünger, also gelöste Salze und da kann das Bodenleben, das eh schon kaum noch vorhanden ist, eigentlich gar nicht mit umgehen. Ja, und dann kommt noch dazu, dass Lachgas produziert wird, was wesentlich klimaschädlicher ist als CO2, das kommt ja auch noch dazu. Also der Boden ist wirklich, das ist was, das ist was ganz Besonderes, was ganz Tolles, den sollten wir heilig sprechen, aber das wird leider gerade nicht passieren. Ich habe vielleicht eine Idee, dass wir noch mehr, vielleicht das anschaulicher machen. Ich würde dir mal das hier reinschmeißen und vielleicht magst du ja vielleicht daraus ein paar positive Beispiele nehmen, wie man das in der Landwirtschaft machen könnte und darfst auch gerne kritisieren, das ist nämlich hier unser Gelände. Da sieht man rechts unseren noch sehr jungen, synthropischen Agroforst, in dem wir ganz, ganz bunt vor allen Dingen Obst anbauen und natürlich auch unten in der Knollenschicht alles Mögliche, zum Beispiel Meerrettich und links unsere Gemüseproduktion, wo jetzt noch einige Überständer, ja, Missbillen und so weiter noch dazugekommen sind, wo halt bei uns der Boden immer bedeckt ist. Also das ist natürlich jetzt nur, das sind nur 3000 Quadratmeter, das reicht aber jetzt schon, um die Vereinsmitglieder zu versorgen, über ein Fass, also ich sage mal von, ja, in der Vegetationsperiode. Im Winter ist es noch nicht so weit, dafür haben wir nicht genügend Lagerfläche und Kühlhaus, aber ja, ja, und auch noch ein bisschen Verkauf zu machen, so. Ist das was, wo du sagst, so, wo sollte es hingehen, die nächsten Jahrzehnte? Also wenn wir jetzt sagen, okay. Ja, also ich sage mal, das ist jetzt erstmal, ist das natürlich auf den ersten Blick erstmal total schön, ne, so, also ästhetisch, da geht einem ja schon noch das Herz auf, weil es sind geschwungene, organische Strukturen, das ist nicht quadratisch praktisch gut. Man sieht auch, dass man sich an das Gelände angepasst hat, dass die Höhenlinien bepflanzt worden sind, man hat die, wo ist da jetzt Süden? Wahrscheinlich oben, oder? Unten rechts, unten rechts ist Süden, das ist leichte Hanglage, also oben, wo die Sonnenfalle ist, das siehst du auch die Ausrichtung, die ist nach Süden ausgerichtet. Ja, das Ganze ist mitgedacht, man sieht sehr viele Farben, was für sehr, sehr, sehr viele Kulturpflanzen spricht, ne, und aber auch Wildpflanzen, man sieht Sonnenbereiche, aber auch Schattenbereiche, also das ist ja erstmal so der Garten Eden, ne, ganz klar, und das ist natürlich klar, dass dieser Garten Eden optimal Sonnenenergie einfängt und zu Lebensmittel produziert und Humus und was weiß ich, was da alles zugehört. Das Problem ist halt nur, das ist jetzt ein System, das funktioniert halt nur, weil es da sehr engagierte Menschen gibt, ja, die ihre Arbeitszeit nicht entlohnen oder die entlohnt werden dadurch, dass sie im Garten Eden arbeiten können, ja, das ist schon auch ein Entlohnen, aber wenn wir das jetzt großflächig anwenden wollen, haben wir ein Problem, dass die Lebensmittel zu billig sind, wir können damit die viele Handarbeit nicht finanzieren, obwohl ich schon auch sehe, ihr habt ja auch in Reihen gepflanzt, ne, da ist schon auch auf effektive... Effizienz ist ein Riesenthema bei uns, ja, aber es ist natürlich, du hast natürlich keine Chance gegen einen Betrieb, der auf 50 Hektar Moorrüben anbaut, als Beispiel, ja, zumal die Energie, die der Betrieb dafür braucht, einfach viel zu billig ist. Das heißt, wenn wir das aber grundsätzlich ändern, dass die Energie, die ja die Großbetriebe jetzt eigentlich subventioniert bekommen, wenn die wirklich das widersprechen würde, was sie eigentlich wert ist, dann hätten solche Systeme natürlich eher eine Chance, aber das ist aus meiner Sicht im Moment ein Nischen-Ding, aber das heißt nicht, dass es keine Berechtigung hat, weil in diesem Nischen-Ding, ich weiß nicht, ich würde mal behaupten, auch ihr werdet autotones Saatgut da vermehren, ja, ihr werdet Handwerkstechniken dort wieder erfinden, neu erfinden, alte Sachen hervorbringen, das heißt, das sind diese Inseln, wo wir zukünftig darauf aufbauen können, dass das Wissen um die Sorten und die Sorten und die Techniken nicht verloren geht. Das ist ganz, ganz wichtig, das braucht es und das ist natürlich, es braucht vor allem dringend auch für die Herzen der Menschen, dass sie einfach mal mit der lebendigen Natur zusammenarbeiten, wer hat noch das Glück, ich sage immer, Landwirtschaft ist ja so geil, weil du musst halt mit dem Verstand arbeiten, du darfst mit deinem Körper arbeiten, musst nicht in eine Muckibude und du darfst, du musst mit deinem Gefühl arbeiten, das haben auch nicht viele Berufe und das kann man da natürlich sehen, dass das alles... Ich sehe da immer, ich sehe da immer in deinen Vorträgen bezüglich, das ist ja glaube ich auch dein Lieblingsvortrag über die Solitär- und Heckenlandschaften in Europa, da zeigst du glaube ich ein Beispiel von der, ich sage mal, ausgeräumten Landschaft und ein Beispiel so in so einem alten, ich glaube eine alte Eiche mit ein paar Schnitzungen drinne und ich habe das Gefühl immer da in dem Vortrag, ich sehe da meine Träne bei dir, kann das sein, da wirst du ganz schön emotional, ne? Ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das glaube ich, aber so richtig an der Stelle. Auch meine Triebkraft. Ja. Aber es ist ja auch gut, gerade wenn wir Männer auch mal weinen, ne? Ja. Wir dürfen nicht zu viel weinen, aber ab und zu ist es auch mal ganz gut. Ja, also ich... Ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich komme aus Norddeutschland, bei Bremen die Ecke da, ne? Und da ist auch alles weggeräumt, da ist ja auch nichts mehr. Ja, das sind nur noch Mais, Raps und da steht eine Eiche höchstens noch mal auf dem Wohngebäudehof, sag ich mal, von dem großen Landwirt, wo er dann noch selber ein bisschen Feeling haben will. Ich muss, wenn ich nach Niedersachsen reinfahre, von uns aus, zu meinen Eltern nach Bremen, da kann ich an einer Hand die Obstbäume abzählen, die ich an der Straße sehe. Das ist echt traurig, ja. Genau, okay, also... Noch mal ein Punkt. Also ihr arbeitet ja diesen Garten mit vielen Leuten, ne? Und es gibt ja auch diese soldatische Landwirtschaft, Landwirtschaft habt ihr ja dann ja vielleicht auch. Ein wichtiges Erfolgskriterium ist, glaube ich, auch, dass man als Individuum die Möglichkeit bekommt, Entscheidungen treffen zu können alleine. Also sprich, alleine seine Fehler machen, aber auch seine Erfolge. Weil das ist auch ein großes Problem, wenn jetzt die städtische Bevölkerung den Menschen, die Landwirtschaft machen, sagt, ja, jetzt macht uns mal hier vegane Landwirtschaft, wir wollen jetzt hier vegan essen, ja. Aber ich sage, ich will keine vegane Landwirtschaft, ich möchte die Tiere damit einbauen, die machen mich glücklich und die Milch schmeckt mir und ich will ja auch das nicht umbrechen, damit mir der Boden hier nicht wegfliegt und was weiß ich, ja. Also das ist ein großes Problem und das ist wieder dieses Stadt-Land-Ding. Also jeder kann, man kann auch vegane Landwirtschaft machen, aber es muss dann auch gemacht werden und man kann nicht irgendwelchen Leuten sagen, die die Arbeit machen, und wie sie es zu tun haben, sondern da muss man sich auch mit einbringen und nicht nur mit Geld und mit konsumieren, sondern auch aktiv mit den Händen Arbeit. Ich denke, wir sollten da wegkommen von diesem Moralismus, der da einfach überall durchdrückt, den uninformierten, also aus meiner Sicht auch uninformierten Moralismus. Ich zum Beispiel esse seit über zehn Jahren kein Fleisch, das heißt aber nicht, dass ich nicht den Pferdemist von meinen Freunden hier aus dem Dorf nehme und den in der Heißrotte ganz aufwendig und mit ganz viel Arbeit verbunden in einen unglaublich guten Humus verwandle, mit Pflanzen, Kohle und allem drum und dran. Da haben wir demnächst auch noch einen Workshop, da könnt ihr mal auf unsere Vereins-Homepage gucken, wie man Dauerhumus herstellt. Und warum soll ich denn die Ressourcen, die ich vor Ort habe, nicht mitverwerten? Da hört es bei mir auch auf. Also wir müssen eh, das stört mich immer sehr, das hat zwar jetzt mit der Frage Landwirtschaft nichts mehr zu tun, und am Ende, um da hinzukommen, denke ich, wir müssen wieder in einen sacklichen Diskurs auf Augenhöhe kommen, wo wir miteinander reden und weg von diesen Polarisierungen und diesen Moralisierungen. Das bringt uns allen nichts und ich bin mir auch sicher, dass Michael und ich da auch zu gewissen Themen durchaus, also gerade politisch hier und da, unterschiedliche Standpunkte haben, würde ich fast draus wetten, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir beide bei einem Bierchen gesittet darüber reden können. So, bei einem Bio-Bierchen versteht sich, ja? So, aber gut, ich würde sagen, wir haben schon relativ viel, ich wollte jetzt abschließen, weil mich das auch noch interessiert und ich das so als Exemplar noch schön finde, wo es hingehen kann, noch ein Beispiel von Michael gleich und dann könnt ihr jetzt schon so langsam mal anfangen, wirklich aber Fragen, Fragen im Chat zu stellen, also erst mal die Fragen, Statements und so, erst mal stellt es mal hinten an, ist auch immer interessant, aber eure Fragen vielleicht auch an Michael, könnt ihr langsam, die werde ich ihm dann gleich mal präsentieren, aber Michael, eine Sache, die mich noch interessieren würde, so als Beispiel für Bubezin, jetzt ist ja, das hast du ja in deinen Vorträgen immer, dass die Bäume, die Apfelbäume, die Obstbäume durch dieses über Jahrzehnte immer wieder Bittenfelder, Semling, also eine Veredelungsunterlage, dass die alle genetisch verarmen, weil das immer wieder, quasi immer wieder reproduziert wird, und das finde ich so interessant, so mal als exemplares Beispiel, wie so im Detail dann auch das sich verändern müsste, also wie müsste man das jetzt machen, also ich habe noch im Hinterkopf, man bräuchte dann tripluide Sorten und so, wie würdest du, nee, okay, dann siehst du, gleich korrigiere mich, das interessiert mich nämlich sehr, wie würdest du sowas jetzt machen? Ich werde es jetzt mal, ich werde es mal ganz kurz machen und als Werbeblog nutzen für unser Online-Seminar, was nächsten Dienstag stattfindet, das macht der Alois Wilfling, das ist der Pomologe aus Österreich und es geht darum, dass wir die Genetik der Unterlagen, also wenn wir jetzt einen Obstbaum haben, haben wir ja die Veredelung, da ist die Sorte drauf, das ist im Prinzip ein Klon, also weltweit stammen alle Boskop-Bäume von einem Mutterbaum ab und dann haben wir einen Sämling, da säht man einen Kern aus, wächst ein Baum raus, wenn das jetzt ein Kern wäre von einer Sorte, würde dann nicht die Sorte bei rauskommen, sondern die Sorte ist ja bestäubt worden, also der Apfel, das heißt, das würde wieder aufspalten. Das heißt, man nutzt sich die Technik des Veredelns dadurch, dass ich die genauen Eigenschaften habe von einem Apfel, den ich irgendwo mal als Sämling gefunden habe. So, und jetzt hat man, jahrhundertelang, hat man immer den Trester ausgesät und hat das genommen, was am besten gewachsen ist und da hat man drauf veredelt und in den 70er Jahren hat man angefangen, von einer bestimmten Sorte rauszusehen, den Bittenfelder Sämling. Das ist eine diploide Apfelsorte, gibt es triploide und diploide, triploide, da sind die Kerne häufig taub, die keimen gar nicht und diese Sorte, wenn man die aussäht, dann sind die Pflanzen alle relativ gleich hoch, die dann kommen. Ja, das ist natürlich gut, wenn ich industrialisieren will, wenn ich jetzt aber einen ganz hohen habe und einen kleinen, dann habe ich sehr viel Ausschuss, ja, aber wenn ich jetzt für den Hausgebrauch aussähe, dann suche ich mir die guten und dann ist es fertig. Das heißt, die Landschaftsobstbäume, die ihr da draußen findet, die sind alle noch entstanden aus einer Aussaat mit einer großen Vielfalt von vielen, vielen Sorten, die ausgesät worden sind und jetzt haben wir den Bittenfelder Sämling, der schon auch seine positiven Eigenschaften hat, aber die Gefahr ist natürlich, dass der jetzt mit der Trockenheit nicht klarkommt. Die Gefahr ist, dass sich irgendein Schädling darauf spezialisiert, weil die ganze Obstbauszene hat immer auf die Sorten geguckt, nicht auf die Unterlagen und wir wollen ja jetzt von der Obstbaumschwittschule das Thema hier nach Deutschland bringen, dass ihr wieder in die Lage versetzt werdet, selber Trestersaaten auszusehen oder wenn ihr es noch weiter springen wollt, das Projekt, dass man guckt, wo findet man in der Landschaft schöne Bäume, die gut dastehen, wo ringsum alles abstirbt vielleicht und dann muss man aber nicht die Sorte nehmen, die da drauf ist, sondern man muss an die Unterlage kommen und da sind wir jetzt auch gerade dabei, ein Projekt an Land zu ziehen, dass wir dann per Labor aus der Wurzel dann wieder Bäume entstehen lassen, die auffflanzen, bei uns im Thüringer Becken, wo alles ausgeräumt ist, dass dann diese Klimabäume, die gut dastehen, miteinander kreuzen und das sagt gut, dass dann aussehen und dann wieder in die Baumschulen bringen. Darum geht es bei diesem Online-Seminar und darauf die Woche, jetzt am Wochenende ist ja der Hecken-Lege-Kurs, auch eine tolle Technik, aber darauf das Wochenende gibt es zweimal einen Tag klimafitte Sämlinge ziehen, weil das ist nicht so einfach, wenn man jetzt auf seine Wiese, jetzt ging es erst mal um die Genetik, jetzt geht es um sogenannte Direktsaat. Wenn ich jetzt einen trockenen Standort habe und das hat man früher gemacht, wo die Weinberge durch die Reblaus alle zunichte gemacht worden sind, hat man auf diesen Standorten Obstbäume ausgesät, die bilden dann eine Pfahlwurzel aus, in der Baumschule wird die ja gekappt. Wenn sie gesät, genau. Da machst du aus einem Tiefwurzler einen Flachwurzler, das ist also kein Klimabaum, aber der geht richtig tief runter und dann geht es halt darum in dem Seminar, wie schütze ich dann diese Kerne auf der Stelle, wo ich dann später den Baum haben will, vor der Schnecke, vor der Maus, vor dem Reh, vor dem Hasen, vor der Kuh und wie gehe ich dann damit um? Ja, dann werden natürlich mehrere Kerne ausgesät und dann sucht man sich den schönsten aus und dann wird direkt veredelt und dann habt ihr wirklich eine Wuchskraft. Ich habe jetzt Bilder vom Alus gesehen, die wird er auch zeigen. Das ist ein dreijähriger Sämling, der Baum ist 3,50 Meter hoch. Das ist unglaublich. Das schaffst du niemals, wenn du aus der Baumschule da so einen Baum hast. Und darum geht es. Also wir wollen eine Vielfalt einerseits genetisch in die Unterlagen bringen, aber andererseits auch die Technik des Direktsatzes wieder hier nach Deutschland bringen. Und in Österreich haben die da schon einen Vorlauf von ungefähr fünf Jahren und haben da schon sehr viel Erfahrung gesammelt und das möchte ich jetzt sozusagen in die Streubswiesenszene oder Permakulturszene oder Waldgartenszene bringen, dass wir Klimabäume bekommen. Genau. Also kann man sich noch anmelden, kann man noch mitmachen. Aber wie gesagt, Online-Seminare bei uns laufen ja auf Spendenbasis. Das ist ganz einfach. Man bucht dann zu null Euro. Wenn man eins gefallen hat, spendet man was und man kriegt danach auch eine Rechnung dafür. Ja, also das finde ich sehr cool, weil dadurch kann man natürlich auch so ein bisschen nach Gehalt, der eine verdient mehr, der andere verdient weniger, euch ein bisschen was da lassen, weil das ist wirklich sehr informativ. Seid da unbedingt mal dabei, sehr zu empfehlen. Ja, Michael. Also ich sage nochmal, wir machen das ja jedes Jahr immer in der Schnittsaison. Also es geht von November bis Mai, jeden Dienstag gibt es halt Online-Seminare auf Spendenbasis zum Thema Jungbaumschnitt, Altbaumschnitt, Kulturlandschaft, Hecken, alles Mögliche decken wir ab. Jetzt gibt es auch noch einen spannenden Vortrag, klimaangepasste Streuobstwiese. Auch da haben wir verschiedenste Ideen und auch jetzt Forschungen am Laufen, wo wir versuchen, dass wir zukünftig noch Bäume, Streuobstbäume haben. Ja. So, ihr Lieben, ich würde sagen, damit haben wir erstmal die wichtigsten Sachen abgehakt und euch ein sehr gutes Bild gegeben, glaube ich, wo es hingehen kann. Man könnte jetzt natürlich ewig weitergehen, wie müssten die Strukturen in der Landwirtschaft aussehen, Thema Agroforst und so. Da habe ich ja auch schon ein bisschen hier was zu gemacht. Das werden wir auch noch mal erweitern. Vielleicht sogar noch mal mit Michael Irwin dran. Aber jetzt könnt ihr gerne zu den Fragen kommen. Ich habe gesehen, schon einiges da. Das sind aber teilweise so Fragen, wo ich sage, was willst du dazu sagen? Haben wir ja schon beantwortet. Ist somit nicht die gesamte Politik korrupt? Ja, Michael, was sagen wir dazu? Es ist eine einfache und eine schwierige Frage, finde ich auch. Ja. Welche Frage meinst du? Der David hat gefragt, ich glaube, das war zu dem, wo wir vorhin über die Förderung und so weiter gesprochen haben, ist somit nicht die gesamte Politik korrupt? Ich glaube, da ging es dann auch um die Saatguterhaltungsfelder und so weiter. Mir gefällt das Gesamte, gefällt mir nicht. Gefällt mir wirklich. Genau, mir auch nicht. Weil, geh mal in irgendeine Partei und ich würde behaupten, jetzt mal abgesehen von der AfD, findest du in allen Parteien Leute, die wirklich was bewegen wollen. Die sind jetzt nicht meiner Meinung, aber es gibt die. Und wenn man jetzt natürlich Richtung Umwelt und Richtung Landwirtschaft guckt, da muss man schon sagen, finden wir ja schon auch gute Agrarpolitiker bei den Grünen. Das Problem ist nur, die sind in der Minderheit. Also auf dem Landwirtschaftsminister in Sachsen lasse ich nichts kommen. Der ist wirklich, wenn ihr den kennenlernen würdet, der will was verändern. Nur der ist mit der CDU in der Regierung. Das ist nicht so einfach. Oder die Miriam Staute in Niedersachsen, auch eine wunderbare Frau, die was verändern will. Die könnte jetzt auch hier mithören oder die hat auch zu Hause Obstbäume. Aber wir haben auch so Landwirtschaftsminister gehabt, wie die Frau Dalbert von den Grünen aus Sachsen-Anhalt. die hat sich erst mal einen Staatssekretär vom Bauernverband gehört, geholt und erst mal erzählt, ja, es geht nicht zwischen klein und groß, Herr Gräum. Hauptsache Bio, ja. So, also da muss man auf die Menschen gucken und das würde ich nicht so stehen lassen, weil das ist eigentlich der Untergang von unserer Gesellschaft, wenn wir das so stehen lassen können. Das heißt ja eigentlich, finde ich auch schwierig, ja. Da brauchen wir dann den guten König, ja, oder die gute Königin und die sollte es schon machen. Und wer von uns ist der gute König? Bist du es? Bin ich es? Also ich bin es bestimmt nicht. Also ich kann meinen Beitrag leisten, ja, aber nicht in allen Bereichen. Da bin ich froh, dass es da noch andere Leute gibt und ich bin froh, dass es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Das bringt mich als Mensch weiter und das macht meinen Horizont auf. Und da müssen wir immer wieder Kompromisse finden. Und da Kompromiss heißt halt immer, man muss was abgeben und man kriegt aber auch was. Ja, genau. Sehe ich auch so. Genau. Dann war hier die Frage, die Waldgeister arbeiten doch ehrenamtlich oder Ernte ohne Lohnkosten? Ja, ich kriege 60 Euro Ehrenamtspauschale monatlich. Ich hoffe, damit ist die Frage einigermaßen beantwortet. Und wir setzen natürlich darauf, dass wir mit unseren Mitgliedern zusammen das in unserem Garten machen, weil wir das gerne machen, weil wir da einen Sinn drin sehen. Und ja, und wir können uns auch so lobbyen, aber das führt heute zu weit. Das sind alles noch so unausgesprochenen Sachen, die dann mit den Leuten auch wachsen und gedeihen, die dann dabei sind. Genau. Ja, jetzt schreibt Thomas hier, die Bauern sind alle verschuldet und damit haben solche Proteste gar keinen Sinn. Sie werden enteignet, sie fahren mit Traktoren, die hunderte Tausende Euro kosten und sie sind gegen Politikquatsch, sagt er. Was hältst du von der Aussage, Michael? Also, das ist auch wieder ein schwieriges Ding, glaube ich. Schwieriges Ding. Also, wieder, die Bauern gibt es schon mal gar nicht. Das ist schon mal wieder schwierig. Es gibt auch Bauern, die gut dastehen, die nicht verschuldet sind. Die gibt es in allen Klassen, also bei Großbetrieben genauso wie bei Kleinstbetrieben, die eine gute Direktvermarktung haben, die Leute haben, wie es ihr vielleicht seid, die nicht im Aldi jetzt Bioprodukte kaufen oder sonst ein Ramsch, sondern die halt direkt bei Bauern und Bäuerinnen kaufen. Das gibt es. Aber die betrifft das jetzt auch nicht mit dem Agrardiesel, weil die sind nicht so intensiv auf Ackerkulturen aus, die eigentlich relativ unproduktiv sind. Machen wir uns nichts vor. Das ist sehr, sehr vielschichtig. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Proteste nichts bringen. Wenn ihr mal genau mitgekriegt habt, was die jetzt gebracht haben, leider nicht in unserem Interesse. Es sollten ja 4% stillgelegt werden in Form von Brachen, Hecken, also Säumen, das, was ich vorhin gesprochen habe, damit das Artensterben aufhört. So, 4%. Die Ökologen sagen, wir brauchen mindestens 20%. So, das haben die jetzt einkassiert. Brauchen sie nicht mehr. Können sie jetzt auch auf Däuble, komm herauf, weiter produzieren. Dann gab es eine Pestizidstrategie auf EU-Ebene, wo bis 2030 50% der Spritzmittel reduziert werden soll. Haben sie jetzt eben mal auch weggekippt. Also kann man nicht sagen, dass diese Proteste nichts gebracht haben. Und die Proteste sind auch noch nicht zu Ende. Wir machen ja auch Proteste von der AWL. Und auch unsere Mitglieder sind da teilweise mitgefahren. Also man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Weil es ist schon schwierig, wenn du in Zeiten, wo, bleiben wir mal bei den Bios, ja, da haben wir jetzt ja eine Verschiebung. Also viele von euch haben vielleicht vorher direkt beim Biobauern gekauft oder im Bioladen. Und jetzt habt ihr festgestellt, uh, alles wird teurer und hin und her. Na, kaufen wir lieber mal die Bioprodukte im Aldi. Oder wir kaufen konventionelle Produkte. Das heißt, es werden jetzt weniger Bioprodukte gekauft. Und die, die gekauft werden, werden im Aldi gekauft. Das heißt, da gibt es dann weniger deutsche Bioprodukte. Ich bin jetzt hier kein Nationalist, aber ökologisch gesehen muss ich nicht aus China Bioprodukte haben. Wenn ihr mal schaut, wo die Sonnenblumenkerne herkommen, die kommen alle aus China, ja, für die Brote, die hier ist. Das heißt, ich, die haben jetzt echt ein Problem. Die haben halt weniger Einnahmen, die haben höhere Kosten. Und jetzt wird noch der Agrardiesel gestrichen. Ja, was richtig zur Buche haut. Dass das Leute auf die Barrikaden bringt, ist völlig klar. Dass man vom Agrardiesel-Subvention wegkommen muss, ist auch klar. Nur es gibt im Moment keine Alternativen. Muss man auch ganz klar sagen. Und wenn ich das wegnehme, dann muss ich auf der anderen Seite denen was wiedergeben, weil sonst haben wir noch weniger. Also ich muss, genau, das ist halt auch so der Punkt, den ich sehe, wo ich die Bauern auch, und zwar alle verstehen kann, ist, man muss ja dazu sagen, dass die Bauern, es ist ja nicht nur so, die sagen, ja, okay, der Agrardiesel, aber man muss ja auch mal sehen, die Steuerlast, die so ein Bauer einfach auch hat, ja, so wie wir die alle haben, die ist ja mittlerweile einfach gigantisch und erdrückend. Und er kann es halt nicht an diese ganzen Discounter weitergeben, weil diese Preise nicht weitergegeben werden können. Und das wird immer so dargestellt, egal jetzt, ob Bio oder konventioneller, da würde ich jetzt gar keinen Unterschied machen. Der Bauer, der will jetzt ja noch wieder was haben und noch wieder was. Ja, aber ihr müsst auch mal sehen, die Steuerlast, die einfach auch schon da ist, die ist ja auch gigantisch und dann wird das alles irgendwie umverteilt und naja gut. Aber kommen wir mal zum nächsten. Das ist auch noch ein spannender Punkt, den wir eigentlich eben schon hatten. Da habe ich auch, durch die Frage merke ich, da wurde was noch nicht verstanden. Da schreibt der Thomas und Bäume, direkt Samen auf der Wiese im Frühling sehen, nichts veredeln, nicht ausgraben, wachsen lassen, mehr brauchst du nicht. Ganz einfach, kein Seminar, keinen Kurs braucht man nicht. So, Michael, bitte sag doch mal. Die Verbindung war gerade schlecht, sag mal nochmal bitte. Ja, der Thomas hat im Endeffekt geschrieben, dass er der Meinung ist, man braucht da nichts veredeln, man lässt einfach die Samen wachsen und dann wird das schon. Und er erhält von den Kursen und so weiter, die man dazu macht, nichts. Ja, wo ist da jetzt die Krux? Weil, es ist eine schöne Idee, aber ja. Es gibt viele Semlinge, die wunderbar sind, die man auch nutzen kann, aber es gibt auch viele Semlinge, die man nicht nutzen kann. Und um die Chance zu erhöhen, dass ich da wirklich nutzbare Früchte habe, für meine Bedürfnisse, ich sag jetzt nochmal Schweizer Wasserbirne, eine Birnsorte, wo du einen super geilen Saft machen kannst, wo ich nicht auf dem Klo sitzen muss, als Abführmittel. Wenn ich die jetzt aussehen würde, ist die Chance da, dass wieder was Ähnliches bei rauskommt, kann aber auch was ganz anderes bei rauskommen. Und das heißt, ich habe sehr viel Arbeit in was reingesteckt, was ich dann nachher wieder rausreißen muss. Und es dauert ja eine Zeit, bis ich sehe, was sind denn da für Früchte dran? Das heißt, du hast sehr viel Arbeit erstmal, diese Bäume groß zu bekommen, um dann vielleicht nach, keine Ahnung, je nach Sorte, oder ist ja keine Sorte, je nach Semling, vielleicht nach 15 Jahren die ersten Äpfel dran zu haben, um dann festzustellen, die schmecken ja überhaupt nicht. Ich kann da gar nichts draus machen, die vergammeln mir ja schon am Baum. Und dann habe ich ja hier überall Schorf drauf und was weiß ich. Also das teile ich nicht, was du sagst. Was ich teile ist, dass es viele Semlinge gibt, die sehr, sehr lohnenswert sind. Das heißt, ich würde euch auch ermahnen, lasst doch mal ein paar Kerne groß werden und schauen, vielleicht habt ihr ja eure tolle Regionalsorte, die dann der Nachbar auch gern haben will. Aber nicht als Samen, sondern dann wieder als Veredelung. Und Veredeln ist so schön. Das ist was ganz Tolles. Das ist Kultur. Das ist... Ich wollte es gerade sagen, was da für eine Leistung... Die Natur verfeinigt man. Das ist nichts Zerstörisches. Das ist toll. Ja, was da für eine Leistung drin steckt, halt diese ganzen Sorten. Das ist ja Arbeit über Jahrhunderte wahrscheinlich, diese Sorten da erzeugt zu haben. Ja. Genau. Okay. Aber klar kann trotzdem jemand das natürlich ausprobieren. Und wenn er durch Glück einen mega guten Apfel dabei rauskommt, dann sollte er es publik machen und dem Michael zur Verfügung stellen, weil dann kann man ihn nämlich wieder weiter vermehren. Genau. Mega interessant. Ja, genau. So. Ich sehe schon, wir haben viel Zuspruch. Also vielen Dank tatsächlich auch für euren ganzen Zuspruch, dass ihr einfach nur Danke sagt. Danke zurück. Ja, also sehr gerne. Ja. Wir brauchen mehr Fachkräfte, Permakulturisten am besten. Ja, auch, aber wir brauchen natürlich ganz viele verschiedene Fachkräfte, ja. Bitte, Michael. Ja. Also ich habe ja irgendwann dann die Permakultur entdeckt. Also ich bin ja schon ein bisschen älter und ich war völlig begeistert, weil ich da auch in so einer Sinnkrise war und dachte mir, um Gottes Willen, das geht ja alles hier im Bach runter und habe dann nach Techniken an die Hand bekommen, dass es geht. Und habe dann sehr viele Permakulturprojekte Anfang der 90er, also in den 90ern dann besucht und war völlig enttäuscht. Das waren dann immer irgendwelche Projekte, die haben von Seminaren gelebt und die Äpfel sind im Garten vergammelt und da wurden dann halt Bioäpfel aus der Plantage aufgetischt. Und ich habe eigentlich fast keine Betriebe gefunden, die wirklich von der Landwirtschaft gelebt haben. Und das hat mich wieder so ein bisschen weggebracht von der Permakulturszene. Und dann habe ich irgendwann auch festgestellt, dass die sich nicht um ihre Bäume kümmern. Also dass kein Wissen in der Permakulturszene da ist, wie man Bäume schneidet. Das lag dann auch daran, dass es ja den Fukuoka gab von der Nichtstun-Landwirtschaft, der das an Zitrusbäumen ausprobiert hat und gesagt hat, man muss die veredeln und dann am besten gar nicht schneiden, das geht auch so. Und das wurde dann übertragen auf Apfel und andere Obstladen. Ja, der Sepp Holzer ist da auch ein Riesenfaktor. Der hat ja auch gesagt, man müsste Obstbäume nicht schneiden. Er hat das dann vom Fukuoka übernommen und propagiert und sehr erfolgreich Bücher geschrieben. Aber den Sepp Holzer habe ich aufgesucht und habe kritische Fragen gestellt. Der hat mich dann in der Luft zerrissen. Und mittlerweile weiß ich, dass sein Sohn die Bäume schneidet. Sein Sohn ist auch ein ganz anderer Charakter. Das stimmt nicht, was der Sepp Holzer da erzählt hat. Und das hat sich hartnäckig in der Permakulturszene gehalten. Und es ging aber dann irgendwann los, dass Einzelne, die über den Tellerrand geschaut haben, dann angefangen haben, bei uns Baumwartausbildungen zu machen. Und mittlerweile würde ich behaupten, haben wir mindestens 30, 40 Menschen aus der Permakulturszene ausgebildet, von unseren 600 Baumwarten. Und das merkt man, dass immer mehr Leute aus der Permakulturszene kommen. Die sind halt dann Permakulturszene, sonst wie, kriegen dann irgendwie mit, oh, da gibt es noch die Obstbäumstischung, die macht auch spannende Sachen. Oder hören von anderen Permakultur-Leuten, ey, wir müssen doch die Bäume schneiden. Die brechen uns auseinander. Wir wollen ja langlebige Bäume, weil wir wollen wenig Arbeit mit den Bäumen haben. Und so haben wir jetzt immer mehr aus der Permakulturszene, was mich total freut, dass sich immer mehr Leute um die Bäume kümmern. Weil das ist eine Dauerkultur. Die steht da 100 Jahre. Wenn ihr am Anfang, die ersten Jahre, da geht das ja gut, da wird auch ein Apfel dranhängen, ohne Frage. Aber die Krone wird nach oben weiter wachsen und irgendwann brechen die euch auseinander. Und dann habt ihr große Wunden drin. Dann fault es rein und der Baum wird nicht so alt. Das heißt, ihr, eure Generation, das wird mir jetzt klar, ihr könnt nur eine Generation denken. Ihr wisst nicht, wie der gleiche Baum 30 Jahre später aussieht, weil ihr das nicht gelernt habt. So, und deswegen kann ich nur empfehlen, sich um die Bäume zu kümmern. Und jetzt gibt es ja noch die Waldgartenszene. Ja, da gibt es jetzt übrigens den Waldgartenkongress, Online-Kongress am Anfang März oder was? Müsste ich jetzt nachgucken. Da mache ich auch einen Vortrag und zwar über unterschiedliche Schnittsysteme im Waldgarten. Ja, wir haben nämlich Nussbäume, die ziehen wir anders als jetzt einen Apfelbaum. Und da hatte ich jetzt neulich schon mal einen Vortrag gemacht und jetzt kommen die ersten Leute aus der Waldgartenszene, weil sie merken, oh, es reicht nicht, sich auseinanderzusetzen, welcher Baum hier, wie viele Kilo an Einheiten produziert, sondern ich muss mich um die Bäume kümmern. Und das brauchen wir dringend. Und das ist so was total Schönes, Bäume zu schneiden. Das ist so sinnstiftend, weil diese Bäume euch euer Leben lang begleiten. Ich habe bei mir zu Hause einen Türspruch, der heißt, Korn siehst du für ein Jahr, Bäume pflanzt du für ein Jahrhundert. Da ist so viel Wahres dran. Wenn ich bei mir zu Hause schaue, ein Satz noch, und mit den alten Leuten sprechen, dann sagen die mir, was die früher alles angebaut haben. Von Mohn, Linsen, Erbsen, volles Programm. Da sehe ich nichts mehr von. Was ich aber noch sehe, sind die alten Obstbäume, die sie vor 100 Jahren angepflanzt haben. Die stehen da noch. Ja, also Dauerkultur heißt, ich muss mich kümmern. Das ist wichtig. Was ich nur sagen wollte, warum ich kurz eingehakt hatte, du hast ja gesagt, mit den 100 Jahren, du hattest ja in einem Vortritt, diese Schweizer Region, wo sie da so schön den Oeschberg-Palmer-Schnitt da echt in Bravour anwenden, wo er diesen einen Baum, der glaube ich fast 200 Jahre alt ist, dieser eine Apfelbaum, oder was ist der, 150 oder so. Also das reicht ja nicht mal mit den 100 Jahren, also soweit er die gut pflegt. Genau. Nächste Frage haben wir noch hier. Aber halt, ich muss noch was richtig stellen. Der Palmer hat in der Schweiz den Oeschberg-Schnitt gelernt. Ist ja logisch. ins Schwabenländle gebracht und dann hat er den den Palmer-Oeschberg-Schnitt genannt. Also nicht umgekehrt. Der Palmer hat nicht den Schweizer in Oeschberg. Das war der Herr Spreng, der das sich ausgedacht hat. Okay. Also, Frage von Meg Vister. Wie seht ihr, oder wie siehst du den Einsatz von Drohnen, oder andere neue Technologien in der Landwirtschaft? Also, wenn ich jetzt ernsthaft eine Drohne entwickeln möchte, um zum Beispiel Blüten zu bestäuben, dann fasse ich mich an den Kopf und sage, sag mal, spinnt ihr? Habt ihr nicht mal alle Tassen im Schrank? Da haben wir hier Bienen, ein Bienenvolk, was mit im Sommer, wo 60.000 Bienen drin sind, ja, wo dann davon, ich weiß nicht, wie viele tausend Bienen rausschwärmen und mal eben diese Arbeit nebenbei machen und uns dann noch einen köstlichen Honig produzieren. Da muss ich doch kein, sag mal, eine Drohne entwickeln, die dann irgendwie Bäume bestäubt. Also, das ist Schwachsinn, ja. Wenn ich aber jetzt schaue, und das habe ich ja immer wieder angesprochen, dass die Arbeitskraft einfach sehr, sehr teuer ist und wir auch, ich weiß jetzt von den ersten Solarvies, die jetzt anfangen mit Hackrobotern, dann ist das eine sinnvolle Sache, weil die sind halt sehr, sehr leicht, die sind effektiv und ermöglichen, Arbeit abzunehmen, den Leuten, wo es eh zu wenig gibt. Also, wenn ihr mal schaut, in der Solarvies-Szene, da werden permanent irgendwie zwischen 50 und 100 Gärtnerinnen gesucht, ja, gibt es einfach nicht. Es gibt mehr Leute, die Gärtnerinnen haben wollen, als es Gärtner gibt. Ja, Michael, weil wir das gedruckte Geld alles in Digitalisierung stecken und den Konzernen, das sind Arschblasen, die das eigentlich in der Landwirtschaft bräuchten, aber ja. Ich hätte noch ein schönes Beispiel, das ist auch mega, ein positives Beispiel für eine Drohne, Dauerwald. Ja, also, wenn wir jetzt unsere Wälder auf Vordermann bringen wollen, dann haben wir leider ja Wälder, wo wirklich eigentlich Saatgut fehlt, ja. Und da gibt es eine Firma, die hat sich darauf spezialisiert, auf Waldumbau und die machen Drohnensaaten. Das ist, weil, wenn du einen riesigen Wald hast von 400, 500 Hektar oder so und du willst da Sämlinge, also ihr willst Aussamen, ne, das Bäumischpflanzen ist ja eigentlich auch nicht so toll im Wald, weil, hat Michael ja schon gesagt, beim Apfel genauso, ein Baum aus der Baumschule hat immer eine defekte Wurzel, der wird nie so resilient und so stabil wie einer, der vor Ort aufgegangen ist und die, die bringen quasi, die fliegt ein Raster ab und lässt über Meile Samen fallen, das ist total schlau. Ja, und natürlich auch, um zum Beispiel permakulturelle Planung zu machen, so Luftbilder sich selber machen zu können, finde ich super wertvoll, ne. Ja, ich bin kein Maschinenstürmer, das will ich hier nochmal ganz klar sagen, also, es gibt tolle, tolle Techniken, die ich nicht, die ich nicht missen möchte. Ja, dann haben wir noch hier, aber das müssen wir vielleicht auch nochmal ansprechen, Digitalisierung in der Landwirtschaft, muss man sehr kritisch angucken, weil sie dient dazu, sozusagen, eine weitere Abhängigkeit der Menschen, die Landwirtschaft machen, zu schaffen. Die sammeln nebenbei noch Daten ein, sie, ne, also es ist höchst, also vom Datenschutz auch sehr, sehr brisant und da bräuchte es dringend eine Initiative, dass man das richtig lenkt, dass es wirklich eine Technik ist, die den Menschen nützt und nicht eine Technik, die den Menschen unterdrückt. Ja, dazu kommt noch, wir hatten die Tage einen Podcast gemacht mit der Frau Professor Gabriele Berg und die forscht über das Mikrobiom und da haben sie relativ gut erforschen können, dass es, es fängt schon an, dass die Gesundheit eigentlich anfängt, wenn man selber den Apfel pflückt und dann Kontakt hat am Baum mit dem Mikrobiom, wo es noch voll da ist, bevor es dann nach viel Lagerkette und so bei einem zu Hause landet, dann hat man dieses Mikrobiom nämlich nicht. Das heißt auch, unsere Gesundheit hängt sehr stark daran, wie wir Landwirtschaft betreiben, ob wir noch Hand anlegen oder halt eben nicht und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, bis zu einem gewissen Grad irgendwie auch noch seine Lebensmittel ein Stück weit sogar selber zu produzieren. Ja, und da hilft eine Drohne, die den Apfel pflückt, da gibt es ja auch mittlerweile wirklich so, so, da hast du quasi deinen fahrenden Maschinenapparat mit Kabeln an die Drohne und zu einem kleinen Kabel, weil das natürlich, dass die keinen Akku braucht und die pfliegen dann die Spalierübste ab und pflücken quasi ganz automatisiert die Äpfel und dieser Apfel, der wird nie berührt von einem Menschen, bis der dann nach einer langen Kühlkette irgendwann mal bei dir zu Hause landet, nach, was weiß ich, zwei Monaten, wo der dann das halbe Mikrobiom schon wieder verloren hat. Dabei kann kein gesundes Lebensmittel rauskommen, das ist dann halt ein Füllstoff, ne, und so, das sehe ich halt auch als negativ dann, also das ist immer, man muss damit ein bisschen Bewusstsein rangehen, aus meiner Sicht. Genau, wir haben ja noch, äh, noch eine Frage, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, so, wie geil ist das denn, Michael Kräum im Live? Ja, schön, dass euch das freut. Äh, wann kommt das Obstbaum-Schnittbuch in den Handel, mein Lieber? Oh, scheiße. Ja, die Frage kann ich nicht beantworten. Das liegt daran, ich kann mich immer nur rausreden, dass immer wieder was dazwischen kommt und jetzt ist mir die Baumlandkampagne dazwischen gekommen, wo es die Möglichkeit gibt, dass ich jetzt vier Leute koordiniere, zusammen mit der Marlin Thiebel, dass wir professionell die Förderbedingungen für Gehölze auf Bundes- und Landesebene verbessern, so, dass ihr vielleicht zukünftig, wenn ihr euren Waldgarten pflanzt, eine Förderung dafür bekommt, weil Pflanzen kosten eine Menge Geld. Ähm, genau, und so ist das Buch wieder ins Hintertreffen geraten. Ich bin aber permanent schon auch dran. Also jetzt zum Beispiel sind jetzt wieder zehn neue Zeichnungen, habe ich in Auftrag gegeben, die sind jetzt auch fertig und sind jetzt im neuen Skript, was man kriegt, wenn man bei uns einen Kurs macht, sind die auch schon wieder mit drin. Also im Prinzip ist das Baumwarten-Skript, ähm, die Grundlage für das Buch und das Baumwarten-Skript sind 600 Seiten, ähm, das gibt's jetzt auch schon. Aber das Buch, äh, braucht noch ein wenig. Ja. Okay, äh, noch eine Frage hier. Das geht noch wieder so in die Fachrichtung, Bäume schneiden, Bäume schneiden schon, aber der Baummentor, äh, da hab ich auch irgendwann schon mal Video gesehen, egal, der Baummentor meint, aber im Sommer, da heilen die Wunden schneller. Was sagst du? Das hört sich so nach so einem YouTube-Video an, wo irgendeiner gerne, äh, sich reden hört und, also ich hab noch kein YouTube-Video, könnt ihr mir gerne mal einen zuschicken, gesehen, wo ich gedacht habe, wow, da ist mal jemand, der sich richtig gut auskennt. Das find ich alles sehr, sehr stümperhaft. Teilweise sind die Videos gut gemacht, auch mit Zeichnungen und so, aber ich merke, da ist nicht viel Wissen da. Also es ist völlig klar, dass eine Wunde im Sommer besser verheilt. Das ist jetzt, also, obstbauliches Wissen aus dem 19. Jahrhundert. Da muss ich nicht ein YouTube-Video drüber machen. Die Frage ist aber eine ganz andere. Und zwar, und das ist das, woran ihr erkennt, ob da jemand Ahnung hat oder nicht. Hat der ein Ziel für den Baum? Ist der Ziel, das Ziel jetzt für den Baum, dass die Wunde schnell verheilt? Oder ist das Ziel, dass man einen Baum schneidet, weil man ihn schneiden muss oder eine Mütze durchwerfen muss oder was weiß ich? Wir arbeiten zielorientiert und wir haben ein Ziel für einen Jungbaum, dass der Baum möglichst schnell groß wird. Und wenn ich den im Sommer schneide, dann verheilen zwar die Wunden gut, aber der macht keinen Trieb. Das heißt, ich schneide noch länger an dem Baum. So. Und wenn ich aber einen Jungbaum schneide, dann habe ich nur kleine Wunden. Die macht ja auch im Winter zu. Das heißt, ich muss abwägen, was jetzt wichtiger. Habe ich aber eine empfindliche Steinobst, was noch Trieb macht, natürlich schneide ich die im Sommer und kombiniere das gleich mit der Ernte. Aber deswegen, das ist sehr, sehr vielschichtlich. Und ich bitte euch, schaut genau hin, was ihr euch da anschaut und kommt einfach mal bei uns zur Online-Schulung. Nächste Woche, ich muss überlegen, nee, jetzt kommt noch mal ein Sämlingskurs und dann kommt Jungbaum-Schnitt. Und das guck dir dann mal an und dann kannst du dich freischalten, da kann ich dich auch sehen. Und dann sagst du mir, Micha, das ist voll scheiße hier, ich gucke weiter YouTube-Videos. Du wirst nämlich sehen, dass wir eine andere Liga spielen. Wir spielen nämlich Bundesliga und wir machen das systematisch, Ast für Ast, Knospe für Knospe. Und wir belassen nichts dem Zufall und wir können für jedes auch eine Antwort liefern, warum wir was machen. Also diese YouTube-Videos, die zu millionenfach geklickt werden, ab und zu schaue ich mir die an, mir graut's, mir graut's. Ja, da kam direkt eine Kritik von der Juliane, die sagt, was, Dominik Schreiber macht doch super Videos zum Obstbau. Ey, macht er nicht, macht er nicht. Und wenn wir die uns angucken, dann könnte ich dir fachlich relativ schnell Sachen klar machen, dass es einfach Schwachsinn ist. Er macht das gut, die Videos, da sag ich nix. Aber fachlich hab ich da einiges zu kritisieren. Sehr, sehr viel. Da könnten wir ja mal, also ich weiß nicht, ob er da bereit ist, aber das wär ja natürlich mal interessant. Aber man muss dann natürlich auch dazu sagen, vielleicht so ein bisschen, um das nicht jetzt zu negativ, er ist halt ein Betrieb, der halt erst mal auf Ertrag aus ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Baumphysiologie, oder? Würdest du das so stehen lassen, Michael? Dazu kenne ich ihn zu wenig, aber auf Ertrag bin ich ja genauso aus. Das sind ja, im Obstbaumschnitt gibt es zwei Schnittsysteme. Wir haben einmal den Erwerbsobschnitt, da geht es nur um Ertrag. Die Bäume tragen ab zweitem Jahr, da geht es nicht ein Gerüst aufbauen, was jetzt über 100 Jahre halten muss. Im Hochstammobstbau geht es erstmal die ersten 15 Jahre nicht um Ertrag, sondern um ein Gerüst aufzubauen, was da in den nächsten Jahren danach massenhaft Ertrag hat. Und das ist halt was komplett anderes. Und ja, aber es hat seine Berechtigung. Es ist ja toll, wenn ihr die Videos guckt und wenn ihr dadurch Interesse bekommt fürs Obst und vielleicht ja dann auch mal zu uns kommt und lernt, wie man es richtig macht. So weit hänge ich mich hier aus dem Fenster. Wenn ihr hier mit Daniel dann gesprochen habt, wenn er die Baumbad-Ausbildung gemacht hat, wir werden ja mal was zum Besten geben, denke ich, dann werdet ihr sehen. Der wird jetzt anders antworten auf Fragen, wie die jetzt eben gerade kamen. Mache ich ja jetzt schon. Ich habe ja schon viele von euren Seminaren besucht und ich habe da auch tatsächlich einige Kritikpunkte, wo ich dann auch mit dir nochmal, also wo es sich einfach, wenn man eure Sachen sieht, da ergeben sich einfach unglaublich viele Fragen zu dem, wenn man viel Dominik Schreiber vorher geguckt hat, wo man sagt, Moment mal, warum macht ihr das denn so anders? Und da gibt es dann auch Erklärungen. Also das ist einfach sehr spannend, weil da kann man ganz viel lernen. So als Einstieg, ich fand das eigentlich, muss ich sagen, als Einstieg bei dem Dominik Schreiber ganz interessant. Da lernt man viele Grundlagen und bei euch lernt man halt dann, wie du sagst, so, aber ich würde es nicht ganz so drastisch formulieren, du sagst, wie man es richtig macht. Ja, wahrscheinlich hast du recht, aber es ist halt einfach, für mich einfach nochmal, wie du sagst, ein Lernfortschritt. Aber noch ein Satz, man lernt den Obstbaum-Schnitt nicht mit Online-Seminaren. Den lernt man mit der Schere an der Hand, wir nennen das geführte Praxis, an schön geschnittenen Bäumen und dann irgendwann kommen die Gurken. Und da gibt es eine Didaktik und das ist das, was dann einem die Sicherheit gibt. Also ich würde behaupten, ihr könnt noch so viele Videos gucken, ihr werdet nicht so gut Bäume schneiden können. Man muss das machen. Man muss das machen. Ja, ja. Merke ich auch. Ich mache es ja jetzt schon einige Jahre und habe viele Bücher gelesen, aber eure Sachen fand ich dann nochmal so, das war nochmal was anderes. Genau, dann schreibt die Ulrike noch, ich weiß nicht, den Film kenne ich gar nicht. Ich empfehle noch den Film über Wandana Shiva, ein Leben für die Erde. Sagt dir das was, Michael? Naja, Wandana Shiva ist eine alternative Nobelpreisträgerin, die sich ganz massiv für Saatgut eingesetzt hat. Ja, die Frau kenne ich, aber den Film kenne ich nicht. Ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen, aber der ist, glaube ich, schon älter, der Film, wenn ich mich recht erinnere. Tolle Frau auf jeden Fall, ja. Ja, ihr Lieben, also ich sehe gerade, ich glaube, mit den Fragen bin ich durch. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, schmeißt es noch schnell drunter. In dem Sinne würde ich fast sagen, wir sind auch jetzt schon fast bei zwei Stunden angelangt. Und danke ich dir erst mal ganz herzlich, Michael, für den doch relativ tiefen Einstieg in das Thema, ja, Landwirtschaft, was läuft schief und wo können wir hin? Und ich glaube, da haben wir einige Antworten geliefert. Und ich fand es auch sehr schön, mal jemanden da zu haben, der halt auch kein Blatt vom Mund nimmt. Das ist ja heutzutage auch immer nicht mehr so der Fall, der auch sein Standing hat. Und ja, vielen Dank dafür. Fand ich sehr, sehr erheiternd. Und danke für eure Fragen auch. Und ich vermute auch, also normalerweise kommt noch ein bisschen mehr. Ich glaube, wir waren einfach vorher schon so tief, dass wir eigentlich schon viele Fragen vorweggenommen haben. Und ja, einige schreiben auch schon, es war schön mit euch, das hat mich gefreut, mit euch auch. Ja, Michael, willst du noch abschließend was sagen? Ich würde dir das Schlusswort auf jeden Fall überlassen. Ich würde mir wünschen, dass ihr nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern in dieser grausamen Welt, in der wir leben, kann man sehr, sehr zufrieden sein. Und wir sind sehr, sehr privilegiert, dass wir das können. Und beschäftigt euch mit dem Lebendigen. Das ist das, wofür der Mensch gemacht ist. Bringt euch ein, organisiert euch in Solarwies, in Waldgärten, bei der ABL. Wir haben in allen Bundesländern Stammtische, auch online. Wir haben Agroforstarbeitsgruppe, der einzige Bauernverband, muss man sich mal vorstellen, der eine Agroforstgruppe hat, der erkannt hat, dass wir jetzt Gehölz in die Landwirtschaft brauchen und macht was draus. Und ganz wichtig, um was zu verändern ist, ihr müsst träumen. Viele Leute können nicht mehr träumen, aber es gibt auch viele, die bleiben beim Träumen stehen. Da wird nichts draus. Da muss man einen Willen entwickeln, einen wirklichen Willen. Ich will jetzt hier einen Waldgarten haben. Ich will einen Baum, pflanzen und ich will mich organisieren und ich will das nicht mehr so hinnehmen. Und dann, da hapert es dann auch viel, braucht ihr Wissen. Deswegen seid ihr hier genau richtig. Wie pflanze ich eigentlich einen Baum? Wie schneide ich den? Ich bleibe jetzt bei meinem Thema. Und das könnt ihr auf alles übertragen. Und wenn ihr diese Sachen zusammenbringt, dann könnt ihr die Welt verändern und manchmal im ganz Kleinen und manchmal im ganz Großen. Und das möchte ich euch gerne noch mitgeben. Ja, und dann würde ich noch ergänzen wollen, dann setzt euch mit hartem Geld auseinander, damit wir auf lange Sicht diese Politik und dass wir das irgendwie ändern können auf positive Art und Weise. Das all das, was Michael da sich wünscht und erträumt hat, auch sich irgendwann in ein, zwei, vielleicht auch drei Generationen, ich glaube, das ist halt echt ein langer Prozess, oder? Würdest du auch wahrscheinlich so sehen, verwirklicht. Und da bin ich sehr positiv. Guckt euch vielleicht nochmal den Livestream an, den Podcast an, den ich mit Roman Reher über permakulturelles Geldsystem gemacht habe. Auch wenn das vielleicht nicht euer Thema ist, vielleicht habt ihr danach auch einen ganz anderen Standpunkt zu dem. Ich will jetzt nicht auf das Geld, was da gemeint ist, hinaus, weil das schon wieder viele triggern würde. Dann gucken sie es sich an. Guckt es euch einfach erstmal an und vielleicht sagt ihr am Ende, ja, jau, das ist es. Irgendwo muss man ja anfangen. Also vielen Dank dir, Michael. Wir werden uns dann die Tage wieder sehen bei der Seemlingsvermehrung. Ja, bin ich schon extrem gespannt drauf, weil das ist bei mir auch noch so eine Lücke. Aber ich habe schon den ersten, ich habe vor, schön Trester hingeschmissen, die ersten Bäume veredelt. Ich habe nur jetzt ein bisschen Sorge, dass der so gut wächst bei meinem Vater im Garten, dass der den relativ schnell wieder rausnehmen muss. Könnte passieren. Na gut, alles klar, mein Lieber. Vielen Dank. Ich mache jetzt erstmal hier dicht und dann schnacken wir nochmal privat. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. So.